Hallo, mein Name ist Timo Guter, ich arbeite in der Bibliothek der Hochschule Neu-Ulm und ich zeige heute Ihnen, also allen Angehörigen der Hochschule Neu-Ulm, aber auch gerne allen externen interessierten Personen, warum Sie das Programm Zotero benutzen sollten und vor allem eben auch, wie Sie es benutzen sollten. Und bevor ich da groß über das Programm spreche, das übrigens gratis und für alle Betriebssysteme verfügbar ist, zeige ich es Ihnen einfach. Ich habe hier nämlich ein Word-Dokument, in dem ich das jetzt verwenden werde, weil Zeigen ist viel einfacher als drüber reden. Und dieses Word-Dokument, wie Sie es sehen können, enthält gerade eben noch nichts, außer diesem Lorem Ipsum Platzhalter-Text. Also einfach nur Quatsch-Text, das sei jetzt der Text meiner Seminararbeit oder Bachelorarbeit oder Masterarbeit oder Doktorarbeit, egal was. Und da kann ich jetzt drin zitieren mit Zotero. Mein Cursor steht gerade eben an dieser Stelle am Ende des Absatzes und ich kann jetzt mit diesem Zotero-Add-In, das ich gerade schon nach Word installiert habe, mehr dazu nachher, kann ich etwas einfügen. Ich klicke auf Add oder Edit Citation und suche nach der Literatur, die ich einfügen möchte. Dadurch suche ich meine Bibliothek, die im Hintergrund bei Zotero läuft, mehr dazu nachher. Aber jetzt finde ich hier zum Beispiel einen Aufsatz von der Frau Flower und dem Herrn Hayes. Ich drücke Enter und dann bekomme ich einen Eintrag gemäß Zitierstil, den ich gewählt habe. Ich habe jetzt hier einen Zitierstil gewählt, der Klammern im Text macht. Das ist jetzt hier noch nicht gar so beeindruckend. Soweit wäre man jetzt auch noch alleine gekommen. Aber die wahre Macht von Zotero, die folgt jetzt gleich noch. Ich kann zum einen jetzt hier am Ende oder egal wo ich es eben brauche, ein Literaturverzeichnis einfügen. Zum Beispiel jetzt hier Literaturverzeichnis fehlt mir eine I. Und da möchte ich jetzt drunter die Einträge haben. Wie geht es mit Zotero? Naja, ich klicke jetzt hier auf Add, Edit Bibliography. Einfach draufklicken und mein Literaturverzeichnis entsteht in der Form, wie es der Zitierstil vorgibt, den ich gewählt habe. Das ist super. Und jetzt kommt der richtige Knaller. Ich kann nämlich nachträglich auch noch sagen, okay, eigentlich möchte ich einen anderen Zitierstil. Also vielleicht nicht ich, aber meine Lehrkraft. Deswegen, vielleicht möchte ich weg von den Klammern im Text und ich möchte auf einmal Fußnoten haben. Kann ich machen. Ich kann auf Document Preferences draufklicken. Und dann kann ich sagen, okay, statt diesem Zitierstil, den ich hier gerade eben habe, wähle ich jetzt den Chicago Manual of Style 7th Edition Full Note. Der macht einfach jetzt eine Fußnote und zwar auch eine knallvolle Fußnote. Das ist einfach zu Demonstrationszwecken. Dann muss Zotero ein bisschen rechnen. Und dann habe ich hier meine Hochzahl. Ich habe im Fußnotenapparat meine knallvolle Fußnote. Und ich habe einen abgeänderten Literaturverzeichnis Eintrag, auch nach dem neuen Zitierstil. Also der hat jetzt hier so einen kleinen hängenden Einzug zum Beispiel. Das kann ich alles nachträglich auch noch ändern. Das ist das Tolle. Ich kann den Stil nachher noch wechseln. Und ich kann auch jeden einzelnen Eintrag im laufenden Betrieb noch ändern. Wenn ich merke zum Beispiel, ah Mist, die Frau Flower, die heißt eigentlich gar nicht genau so. Die heißt ein bisschen anders. Jetzt habe ich sie schon 20 Mal zitiert. Dann kann ich das in Zotero an einer zentralen Stelle ändern. Ich öffne jetzt mal das Zotero Programm an sich. Das hier ist jetzt meine aktuelle Bibliothek. Die sehen wir nachher im Video noch die ganze Zeit. Und ich benutze gerade eben von diesen Datensätzen, die wir hier sehen, immer den hier von Flower und von Hayes. Und da sind einfach die Daten drinne und die kann ich hier abändern. Ich kann sagen, die Frau Flower-Nöder, die schreibt sie eigentlich anders. Ich mache jetzt mir ganz viele O's rein, damit der Unterschied gleich sichtbar wird. Ich verlasse den Datensatz, indem ich eben woanders reinklicke. Dann speichert es mir den und gehe zurück nach Word und kann jetzt hier auf Refresh klicken. Also auf Aktualisieren quasi. Und wenn ich das tue, dann werden alle Zitationen von Flower und von Hayes im Dokument nochmal angepasst. Also hier unten im Literaturverzeichnis, aber natürlich auch hier in allen Fußnoten, wo es vorkäme. In Klammern im Text, falls ich mit Klammern im Text zitieren würde. Überall. Das ist das Tolle oder die Macht von Zotero. Okay. Warum ist das Video dann jetzt so lang? Warum hören wir nicht hier auf und ich sage einfach, benutzen Sie es, es ist toll und es ist einfach. Es ist toll, es ist einfach, aber Sie sehen ja gerade eben, dass ich jetzt hier in meinem Fußnotenapparat eine Quatschzitation drinne habe. Also wenn das so bliebe, dann würde ich einen relativ schmerzhaften Notenabzug bekommen, weil die Daten nicht passen. Und darum geht es mir hauptsächlich. Ich will Ihnen jetzt nicht hier zeigen, was das Programm alles für tolle Sachen kann. Ich will Ihnen jetzt nicht hier quasi Autofahren auf einem Level von Formel 1 beibringen, damit Sie absolut alles mit dem Ding können. Mein Anspruch ist, dass ich Ihnen quasi das Autofahren beibringe, damit Sie einen Führerschein bestehen. Damit Sie Ihre Bachelor-, Master-, Doktorarbeit einfach normal schreiben können mit einem hübschen Literaturverzeichnis, mit dem passenden Zitierstil, mit den hübschen passenden Fußnoten oder Klammern im Text oder Referenznummern. Gerade egal. Aber das ist mein Anspruch. Am Ende soll ein gutes Wörterdokument bei rumkommen. Nicht mehr. Man kann sehr viel mehr tun, aber darum geht es hier nicht. Und ich blende Ihnen jetzt an der Stelle mal den Ablauf vom Video ein, mit den Zeitmarken auch. Da können Sie, wenn Sie möchten, im Video auch direkt nach vorne springen. Aber ich würde gerade Anfängern empfehlen, einmal das Ding hier im Ganzen durchzugucken, weil ich glaube schon, dass ich zu jedem Teil was Wichtiges zu sagen habe. Alles klar? Dann starten wir ins Tutorial. Sie möchten jetzt anfangen, mit Zotero zu arbeiten. Dann müssen Sie es sich erstmal runterladen, damit es einfach mal da ist. Und dafür bin ich jetzt gerade eben hier auf der offiziellen Zotero-Download-Seite, nämlich auf zotero.org slash download. Da gibt es zwei Dateien. Und zu denen komme ich gleich noch. Diese Seite hier ist jetzt öffentlich und beinhaltet die beiden kostenlosen Dateien, die jeder einzelne Mensch auf dem Planeten benutzen kann, um Zotero zu benutzen. Egal für welches Betriebssystem. Für die Angehörigen der Hochschule Neu-Ulm gilt jetzt obendrauf noch, es gibt auf den Internetseiten der Hochschule Neu-Ulm eben eine extra Zotero-Seite. Und falls wir jetzt noch irgendwie obendrauf etwas Zusätzliches lizenziert hätten, zum Beispiel mehr Cloud-Speyer-Platz oder so, dann stünde das immer hier bei, wie installiere ich Zotero mit dabei. Stand jetzt haben wir nichts Besonderes obendrauf, aber ich empfehle Ihnen, gucken Sie da einfach mal rein, falls Sie wissen wollen, ob es was gibt. Ansonsten verweist auch unsere Hochschulseite wieder auf diese öffentliche Seite. Und da gibt es eben diese beiden Dateien. Jetzt, was tun die? Das linke ist das eigentliche Programm, Zotero. In dem Fall jetzt hier Zotero 6, also die sechste Version davon. Und hier steht es auch gerade dran, for Windows, weil ich halt an einem Windows-Rechner sitze und das wurde jetzt hier halt erkannt. Und deswegen wird mir das hier jetzt primär zum Download angeboten. Aber das gibt es eben auch für Mac und für Linux-Distributionen. So, dieses Programm lebt lokal auf unserem Rechner. Ist einfach ein lokal installiertes Programm. Das andere hier, der Zotero Connector, das ist ein kleines Plug-in, das in unserem Internet-Browser lebt. Also zum Beispiel in Google Chrome, wird mir jetzt hier auch angeboten, weil ich eben in Google Chrome gerade eben drin bin. Geht aber auch in Firefox, in Safari, in Edge und so weiter. Da klicken Sie einfach hier unten im Bedarfsfall auf die anderen Browser drauf. Und dieser Connector tut, dass Sie eine Internetseite oder ein Element, also eine Internetseite, direkt nach Zotero speichern können. Sie können damit quasi, wenn Sie auf einer Seite von Amazon unterwegs sind, und das sind ISBNs genannt, dann können Sie da direkt die Bücher über die ISBN dann nach Zotero exportieren. Oder Sie sind auf einer Internetseite von einem Unternehmen auf der Homepage. Und dann können Sie dieses Internetdokument der Homepage an sich speichern nach Zotero. Und das Schöne ist, dass Sie Ihnen auch gleich noch einen Schnappschuss miterstellt. Quasi eine archivierte Form, wie die Seite aussah zu dem Zeitpunkt, als Sie sie gespeichert haben. Und das ist irre nützlich, wenn Sie zum Beispiel eine Internetseite irgendwann nicht mehr online haben, dann haben Sie wenigstens noch die Archivkopie. Oder vielleicht verlangt Ihre Lehrkraft auch von Ihnen, dass Sie so einen Schnappschuss mit abgeben, als Beweis, dass die Seite überhaupt mal so existiert haben. Dann haben Sie das auch direkt schon mit einem Klick drin. Beide Dateien würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich die holen. Also die linke, die brauchen Sie eh und die rechte, die empfehle ich. Die linke, die habe ich jetzt schon runtergeladen. Ich habe das Programm schon installiert, aber ich sage Ihnen jetzt, was passiert, wenn Sie hier auf Download klicken. Dann lädt es Ihnen eine Installationsdatei herunter. Die ist so 45 bis 50 MB groß. Sie laden die einfach runter und öffnen die. Und dann beginnt die Installation und Sie müssen da überhaupt nichts selber einstellen. Einfach nur immer auf Weiter klicken, bis die Installation irgendwann fertig ist. Müssen Sie gar nichts einstellen. Und wenn Sie das dann haben, ich schließe jetzt mal gerade meinen Zotero und zeige Ihnen, wie das dann aussehen würde, dann hätten Sie im Endeffekt dieses Zotero-Icon auf Ihrem Schreibtisch, auf Ihrem Desktop liegen. Das ist das lokale Programm, das lebt jetzt hier auf unserem Rechner. Den Zotero-Connector, den kann ich Ihnen jetzt zeigen. Den habe ich gerade eben tatsächlich noch nicht installiert. Das mache ich jetzt mal. Ich klicke jetzt hier drauf, um den für Google Chrome zu installieren. Je nach Internetbrowser sieht es jetzt auch minimal anders aus, aber letztlich ist es immer das Gleiche. Ich bin jetzt hier im Shop von Google Chrome. Ich kann jetzt sagen, okay, hinzufügen. Dann muss ich es hier noch erlauben. Und dann braucht es ein paar Sekunden, bis dieses kleine Erweiterungssymbol da ist, bis es fertig installiert ist. So, jetzt ist es hier. Das hier ist es im Endeffekt. Aber wir werden jetzt gleich sehen, oh, es ist wieder weg. Ich kann es jetzt nicht direkt klicken. Falls Sie mögen, falls Sie es oft benutzen und sagen, Mensch, ich will, dass das Icon immer direkt da ist, dann können Sie auch in Ihrem jeweiligen Browser draufgehen und das, je nachdem, wie es eben bei Ihnen gelöst ist, anpinnen oder an eine bevorzugte Stelle ziehen. So, ich habe es jetzt hier in Google Chrome mal angepinnt. Deswegen ist das Symbol jetzt immer da und bleibt auch da. Und wenn ich da jetzt mit der Maus schon drüber schwebe, dann steht da dran, Save to Zotero. Das heißt, mit dem Knopf hier könnte ich jetzt diese Seite hier schon nach Zotero speichern mit einem Schnappschuss. Gut, das wären die beiden Programme, die wir an sich brauchen. Und jetzt öffnen wir mal das Programm zu Zotero erneut, damit Sie einfach sehen, was man da jetzt noch an sich im Programm einmalig einstellt. Da führe ich Sie jetzt durch. Das ist alles nicht kompliziert. Es dauert nur einfach ein bisschen. Und danach können Sie wirklich starten. Also, das hier ist das Programm. Bei mir sind jetzt schon ein paar Daten dran, weil ich eben, wie gesagt, schon mit dem Programm gearbeitet habe jetzt. Bei Ihnen ist hier noch leer, aber das stört jetzt nicht für die Einstellungen. Die erste Einstellung, die ich Ihnen gerade eben sagen möchte, ist die Schriftgröße. Also, wenn Ihnen das jetzt hier gerade eben zu klein vorkommt auch, dann können Sie auf Ansicht, Schriftgröße und auf Größer klicken. Dann wird alles ein Ticken größer. Das können Sie auch ein paar Mal machen, bis es groß genug ist. Ich lasse es jetzt mal so. Ansonsten sind alle Einstellungen, die Sie brauchen, unter Bearbeiten, Einstellungen drin. Und da fangen wir jetzt mal an, hier vorne bei dem Reiter Allgemein. Und ich führe Sie jetzt einfach komplett mal durch. Also, die Haken hier können Sie alle drinnen lassen. Das tut jetzt auch nicht wirklich weh, wenn Sie hier was anderes machen. Aber ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, PDFs öffnen mit Zotero. Denn dann öffnet sich ein PDF direkt in dem Programm und Sie können mit Zotero mehr Sachen mit einem PDF machen, als normalerweise mit einem PDF-Viewer, wie jetzt zum Beispiel dem Viewer von Adobe. Sie können mit dem Adobe zum Beispiel das nur in Galb highlighten, aber mit Zotero könnten Sie es in Galb, in Blau, in Grün und so weiter highlighten. Das ist einfach angenehm. Und Sie bleiben in der gleichen Oberfläche. Also, würde ich empfehlen. Und ich würde Ihnen auch empfehlen, dass Sie hier den Haken nicht setzen, bei automatisch Tags aus Schlüsselwörtern und Schlagwörtern erstellen. Was sind Tags? Das sind halt beschreibende Wörter, die Sie Ihren einzelnen Dokumenten, Ihren einzelnen Büchern, Zeitschriften aufsetzen und so weiter hinzufügen können. Ich habe jetzt gerade eben hier zu Demonstrationszwecken zwei Stück da in meinem Dokument. Das hier unten ist quasi die Liste meiner Tags. Ich habe einmal das Tag Lesen und einmal das Tag Beschaffen. Und das kann ich eben vergeben, um mir anzuzeigen, ja, was muss ich noch lesen, was muss ich mir überhaupt noch besorgen. Wenn Sie jetzt den Haken hier setzen und Daten importieren, also Datensätze, Bücher, Zeitschriften auf Sätze, dann werden Sie sehr, sehr viele Tags haben in Ihrem Projekt. Und manche Leute mögen das, dass hier unten dann, keine Ahnung, mehrere hundert Tags leben. Und dann haben Sie auch verschiedene Tags für Social Media und dann noch für Facebook, für TikTok, für eine andere Schreibweise von TikTok vielleicht. Also das ist dann einfach ein bisschen Kraut und Rüben. Ich persönlich mochte das jetzt nicht, aber hier wäre der Knopf, wenn Sie das mögen. Hier brauchen Sie nichts einstellen. Und jetzt kommen wir zu einem großen Punkt Sync, wo ich Ihnen jetzt erzähle, was das genau sein soll und ob Sie das brauchen und was die Alternativen dazu sind. Sync ist im Endeffekt die Möglichkeit, dass Sie Ihre lokale Bibliothek, also dieses Zotero, das jetzt hier auf unserem Rechner lebt, nochmal in die Cloud spiegeln. Da gibt es also ein Spiegelbild Ihrer Bibliothek in der Cloud. Man kann das machen, man kann sich hier dafür einen Account erstellen, man kann sich hier auch noch mehr über die Synchronisierung informieren. Aber auf jeden Fall, ich persönlich mache es jetzt nicht, weil mir ist es recht, dass das Ding nur lokal lebt. Es gibt Sinn für Personen, die an mehreren Rechnern gleichzeitig arbeiten, zum Beispiel. Da kann es dann sein, dass die Leute sagen, okay, ich mache mir jetzt diesen Sync-Account, weil dann kann ich an dem Rechner A meine Arbeiten gerade eben abschließen. Ich gucke, dass ich im Internet bin, damit das Spiegelbild erstellt wird von Rechner A. Sobald es fertig ist, kann ich dann einfach beruhigt zu Rechner B gehen und sobald der seine Internetverbindung hat, kann der sich das aktuelle Spiegelbild selber wieder runterziehen. Und dann habe ich die gleiche Bibliothek wieder auf Rechner A und auf Rechner B. Und ich kann immer schön mit denen arbeiten und die sprechen quasi über das Spiegelbild miteinander. Das ist schön und gut. Wenn man nur an einem Rechner arbeitet, dann braucht man das nicht wirklich. Und was ich Ihnen jetzt ausdrücklich davon abraten würde, ist, dass Sie so eine Cloud-Lösung hier selber sich hin basteln über andere Cloud-Speicherwege. Damit meine ich, bitte tun Sie nicht Ihr lokales Zotero-Projekt in einen OneDrive-Ordner oder in eine iCloud-gespeicherte Ordnerstruktur oder in einen Dropbox-Ordner, den Sie hier haben, reinlegen und dann aktiv damit arbeiten. Der Grund, warum das schlecht wäre, ist, Zotero speichert auf die gleiche Art und Weise wie diese Cloud-synchronisierten Ordner auch. Und immer mal wieder verliert eins von beiden dann und dann wird irgendwas nicht ordentlich gespeichert und über Zeit, das ist das Gemeine, über Zeit wird Ihr Projekt korrumpiert. Es klappt am Anfang, es sieht alles gut aus, aber irgendwann häufen sich die Fehler und es kommen ganz komische Fehlermeldungen für Sie und irgendwann geht gar nichts mehr. Deswegen, entweder arbeiten Sie rein lokal oder Sie machen sich hier diesen Sync-Account. Und der ist gratis, Sie können dann halt nur maximal 300 MB da hochladen an Dateianhängen. Dateianhänge sind zum Beispiel hier bei diesen Dokumenten, die ich schon habe, da sehen wir, da ist eins, das hat ein PDF mit dran. Und so ein PDF hat halt einfach eine Größe von 1 oder 2 MB oder so, je nachdem wie viele Bilder drin sind. Und ich habe halt eine Obergrenze von 300 MB, die ich nicht überschreiten darf mit dem Sync. Das klappt dann einfach nicht. Ich kann mir mehr kaufen, ab da ist das einzige Mal, wo man Geld in die Hand nehmen kann, wenn man das möchte. Und manche Hochschulen und Universitäten haben vielleicht auch eine Campus-Lizenz, wo das automatisch dann schon für jeden drin ist oder auf Antrag oder so. Stand jetzt hat die Hochschule in Neu-Ulm hier nichts. Also Sie haben die normalen 300 MB, die jeder hat. Okay, also wie gesagt, ich nutze es nicht, weil ich nur an einem Rechner arbeite. Sie brauchen hier auch nichts machen. Dann gehen wir weiter bei Suche, da müssen Sie gar nichts einstellen. Auch bei Export müssen Sie gar nichts einstellen. Und jetzt hier bei Zitieren, da gibt es im Endeffekt zwei Sachen, wo Sie machen können. Vielleicht noch eine dritte. Erstmal gibt es hier die Zitierstile, die Sie benutzen können. Zotero hat schon einige Zitierstile, die Sie benutzen können. Aber wenn Sie jetzt gerade eben zum Beispiel von der Hochschule in Neu-Ulm bei einer bestimmten Lehrkraft schreiben, die einen eigenen Leitfaden hat, dann können Sie jetzt hier diese Zitierstile selber hinzufügen. Sie müssten hier dann auf dieses Plus klicken, um eine Datei hinzuzufügen. Das ist eine CSL-Datei, eine Citation-Style-Language-Datei. Das ist halt ein Zitierstil. In Zotero sind die immer CSL-Dateien. Und dann können Sie die CSL-Datei, die Ihr Prof von Ihnen möchte, hier jetzt über diesen Button hinzufügen. Jetzt ist die Frage, okay, wo kriege ich die CSL-Datei her? Als Angehöriger von der Hochschule in Neu-Ulm sind die alle auf der Hochschulseite verlinkt. Die ist übrigens auch öffentlich. Also die kann auch jeder andere benutzen, wenn er möchte. Ich bin jetzt hier gerade eben auf der Hochschulseite von Zotero. Und da kann ich hier auch nochmal bei welchem Zitierstil soll ich wählen. Da komme ich auf die Seite der Zitierstile an der HNU. Und da drinnen gibt es dann die ganzen Downloads für die einzelnen Lehrkräfte. Also ich sehe erstmal hier unten, was welche Lehrkraft haben möchte. Da gibt es bestimmte Lehrkräfte, die sagen, ja okay, es geht alles, es ist gerade egal. Hauptsache einen konsistent durchbenutzen. Und da gibt es Lehrkräfte eben, die sagen, so wie hier, ich habe einen bestimmten Leitfaden. Und da kann man den eben hier für Zotero herunterladen. Also nicht genau bei der einzelnen Lehrkraft, sondern halt oben zentral bei den Downloads. Und da sind die ganzen Zitierstile, die ich für die Hochschulangehörigen programmiere. Ich programmiere auch nur für die Hochschulangehörigen der Hochschule Neu-Ulm. Man kann das auch selber lernen, ich komme da später noch dazu. Aber im Endeffekt, hier liegen diese einzelnen CSL-Dateien. Und die könnte ich mir jetzt eben herunterladen. Ich mache das jetzt mal aufs Desktop. Genau, Demo.csl ist das jetzt hier. Speichere ich. Und so eine Datei kann man dann eben einfach über dieses Plus-Symbol in den Einstellungen sich hinzufügen. So, klicke auf Öffnen. Ich glaube, ich habe den jetzt schon. Muss mal schauen. Jawohl, okay. Doch, da ist er jetzt. Also, ist hinzugefügt. Und jetzt könnte ich eben in Word auch mit dem Ct-Stil Demo arbeiten. Thema Word. Wie kriege ich dieses Zotero-Reiterchen in Word hin? Das habe ich jetzt bei der Installation vorher ausgespart. Naja, das wird Ihnen automatisch mit installiert, wenn Sie das Hauptprogramm installieren. Also, das sollte dann automatisch hier in Word da sein. Falls es jetzt aber nicht da ist, dann können Sie das an der Stelle, wo wir jetzt hier gerade eben sind, nochmal sich neu holen. Sie können nämlich hier zwischen Stile und Textverarbeitungsprogramme hin- und herschalten. Und da drin steht es eben dran, okay, Microsoft Word, ja, ist installiert. Also, bei mir passt es. Wenn da jetzt bei Ihnen steht, ist es noch nicht installiert, dann können Sie es hier über den Knopf sich selber nochmal neu installieren. Also, falls es hier fehlt, da klicken Sie drauf. Sie sehen, das gibt es jetzt auch noch für LibreOffice. Habe ich jetzt hier selber nicht in Benutzung, aber wenn Sie möchten, können Sie es hier jetzt für das LibreOffice auch installieren. Und es gibt hier noch die Möglichkeit, einen anderen Dialog fürs Einfügen in Zitationen einzufügen. Sie erinnern sich an diese rote Suchleiste, die ich in dem Word hatte. Man kann hier auch noch eine andere Option wählen, brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht. Gehen wir zurück zu den Stilen. Es gibt hier eine einzige letzte Sache, die man noch einstellen kann. Und das ist, ob man bei gedruckten Medien, normalerweise bei Zeitschriftenartikeln zum Beispiel, ob man da die URLs unterdrücken möchte oder nicht. Und ich würde Ihnen jetzt einfach empfehlen, wenn Sie eine Lehrkraft haben, die sagt, ich will möglichst wenig URLs sehen, dann setzen Sie den Haken nicht. Dann werden die URLs eben nicht aufgeführt bei gedruckten Medien, also bei Büchern, bei Zeitschriftenartikeln. Eben dann nur bei Medien, die nur online existieren, bei Webseiten. Und wenn Sie eine Lehrkraft haben, die sagt, doch, gerne auch URLs, ich klicke mich da gern durch. Auch wenn es auch noch gedruckt erschienen ist, dann können Sie das hier gesetzt lassen. Gut, das letzte, was es jetzt hier noch gibt, ist erweitert. Und da drinnen können Sie eigentlich vor allem mal Ihre Sprache einstellen. Also wenn Sie jetzt gerade eben, ja, das wäre jetzt ein bisschen spät, wenn Sie das Tutorial die ganze Zeit auf Deutsch geguckt haben, aber kein Deutsch verstehen. Also Sie können hier auf anderen Sprachen das Programm nutzen, dann ändert sich entsprechend die Oberfläche hier. Das hat nichts mit der Sprache Ihrer Arbeit zu tun. Also wenn Sie in Word schreiben, dann können Sie da nochmal separat die Sprache einstellen, wenn Sie sind englische Masterarbeit oder so schreiben. Kommen wir nachher dazu. Hier brauchen Sie auch nichts einstellen. So, und jetzt haben Sie es tatsächlich geschafft. Jetzt haben Sie mal alles eingestellt. Und wir könnten jetzt mit dem Programm an sich mal starten, mit der Oberfläche, was wir hier, wo, wie sehen. Und dazu kommen wir jetzt. Und wir schauen uns jetzt die Oberfläche von Zotero an. Und zwar mit der Frage im Hinterkopf, welche Knöpfe brauchen wir tatsächlich, um besser arbeiten zu können oder vielleicht auch um schneller arbeiten zu können. Wir wollen hier nicht alles kennenlernen, nur damit wir sagen können, wir kennen jeden einzelnen Knopf. Wir wollen eine schnellere, bessere Arbeit schreiben. Und dafür müssen wir jetzt auch kurz darüber nachdenken, was tut dieses Programm eigentlich? Was ist die Aufgabe von dem? Naja, eigentlich ist Zotero nur der Behälter für all diejenigen Literatur, die wir nachher zitieren wollen. Das ist alles, was es erstmal tun soll. Und es tut es auch sehr gut. Und wir gucken uns jetzt an, wie genau das hier organisiert wird. Also, wir haben hier eine Ansicht, die sich in mehrere Bereiche aufgliedert. Also einen linken Bereich, einen mittleren Bereich, einen rechten Bereich. Und die haben alle ihre Berechtigung. Aber man sieht nicht immer komplett alles, was man gerade eben braucht. Zum Beispiel hier der Titel, der ist relativ weit abgeschnitten. Und das ist das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte. Ziehen Sie sich das Zeug hier so zurecht, wie Sie es jetzt gerade eben im Moment brauchen. Bewegen Sie Ihre Maus auf die Grenze von den bestimmten Bereichen. Und ziehen Sie die Bereiche so groß oder so klein, wie Sie sie gerade eben haben möchten. Sie können sogar Bereiche komplett ausblenden, indem Sie sie zur Seite wegschieben. Ich schiebe jetzt mal den rechten Bereich komplett ins Aus. So, wupp, weg ist er. Und jetzt habe ich auf einmal richtig schön viel Platz hier in der Mitte und kann mal den mehr vom Titel lesen. Ich kann das noch weiter vergrößern, wenn ich das möchte. Wenn ich irgendwann den rechten Bereich jetzt wieder haben möchte, dann kann ich einfach an die Stelle klicken, wo er war. Hier in dem Fall jetzt rechts. Klicke ich drauf, ist er wieder da. Man kann nicht nur die Bereiche und hier die Spalten verschieben. Man kann auch die Spalten an sich sortieren. Vielleicht möchten Sie mal nicht nur nach dem Autor sortieren, alphabetisch oder umgekehrt alphabetisch, sondern mal nach dem Titel. Vielleicht gibt das mal Sinn. Dann können Sie das tun. Vielleicht möchten Sie bestimmte Spalten vor anderen Spalten haben. Dann können Sie die packen und nach vorne schieben. Oder vielleicht wollen Sie komplett andere Spalten mal sehen. Vielleicht sagen Sie, okay, den erstelle will ich eigentlich jetzt gerade eben nicht. Dann machen Sie einen Rechtsklick drauf. Jetzt sehen Sie hier die Häufigen. Da sehen Sie hier gerade einen Haken bei Ersteller. Den können Sie da jetzt rausnehmen. Jetzt haben Sie keinen Ersteller mehr. Und Sie können auch andere Sachen hinzunehmen. Zum Beispiel jetzt hier bei weiteren Spalten können Sie sagen, ich brauche jetzt unbedingt mein Datum, wenn ich es heruntergeladen habe oder so. Keine Ahnung. Was Sie gerade eben brauchen, können Sie hier machen. Deswegen haben Sie nicht das Gefühl, dass das hier in Stein gemeißelt ist. Das ist es absichtlich nicht. So, also so organisieren Sie die Bereiche. Was sind aber die Bereiche? Also was passiert hier gerade eben? Wir sehen jetzt hier gerade eben schon fünf verschiedene Arten von Medien, also einzelne Werke. Wir haben hier zum Beispiel die Flower und den Haze, den ich vorher schon mal zitiert habe. Also anscheinend handelt es sich hier gerade eben um einzelne Dokumente, die man zitieren kann. Okay. Und wenn ich jetzt hier irgendwas anklicke, dann verändert sich immer die rechte Spalte auch gleich mit, weil man in der rechten Spalte die Detailansicht von dem einzelnen angeklickten Werk bekommt. Also wenn ich jetzt hier Gaus und Muche angeklickt habe, bekomme ich hier alle Daten zu Gaus und Muche gerade eben. Und kann das abändern, sowohl bei den Namen von den Autoren als auch beim Titel. Alles Mögliche kann ich hier jetzt ändern. Und in dem Moment, wo ich den Datensatz dann wieder verlasse, also wenn ich jetzt hier was reinschreibe, noch ist es nicht gespeichert, aber jetzt ist es gespeichert, weil ich den Datensatz verlassen habe. Und dann würde es auch in Word aktualisiert werden, wenn ich da auf Refresh gehe. Ich ändere das jetzt wieder zurück. Und ich stelle jetzt die Frage, sind diese fünf Sachen alles, was ich persönlich jetzt gerade eben in meinem Zotero drinne habe? Und wenn ich schon so frage, dann nee, ist es nicht. Das sind nicht die einzigen fünf Sachen. Ich habe eigentlich sehr viel mehr und das ist alles hier bei meiner Bibliothek. Das tut nämlich jetzt hier diese linke Spalte. Meine Bibliothek beinhaltet alles, was ich insgesamt in meinem Zotero drinne habe. Da kann ich jetzt hier einmal durchrollern und dann kann man sehen, okay, das sind deutlich mehr als jetzt die fünf. Auch da kann ich wieder umsortieren nach Titel, nach Ersteller, was ich eben möchte. Und von dieser Gesamtheit aller Literatur kann man einzelne Unterfilter machen. Das sind jetzt hier nicht Ordner in dem Sinne, das sind Filter. Das bedeutet, ich kann, wenn ich jetzt hier bei Schulungsbeispiele bin, da habe ich fünf Sachen drinne. Ich kann aus meiner Bibliothek jetzt irgendein weiteres Dokument hernehmen, zum Beispiel den Bar hier. Und den packe ich, halte ich gepackt und schiebe ihn rüber zu Schulungsbeispiele. Und dann lasse ich los. Und jetzt ist hier drüben bei Schulungsbeispiele der Bar auch noch mit drinne. Soweit, so gut. Und man hat es gerade eben schon gesehen, der ist jetzt nicht oben bei meiner Bibliothek verschwunden. Der war immer noch da. Also das war jetzt kein Ausschneiden. Das war auch kein Kopieren. Das war eigentlich nur eine Verknüpfung jetzt hier rein. Ich kann den hier jetzt nämlich wieder rauslöschen. Ich drücke jetzt mal auf meiner Tastatur Entfernen. So. Und dann fragt Zotero mich, sind Sie sicher, dass Sie den ausgewählten Eintrag aus dieser Sammlung entfernen möchten? Also dieses gelbe Symbol ist eine Sammlung. Und wenn ich da sage, ja, okay, dann ist der Bar aus dieser Sammlung draußen. Aber er ist jetzt nicht irgendwie gelöscht oder im Papierkorb. Er ist nur in diesem Filter nicht mehr dabei. Und das ist wichtig zu wissen, weil viele Leute, die denken, wenn man hier was löscht, dann ist es irgendwie wieder rausgelöscht ganz. Nee, nee, der ist schon nach wie vor hier bei meiner Bibliothek. Hier lebt der tatsächlich. Alles andere sind nur Verknüpfungen auf meine Bibliothek. Und ich kann den Bar in eine Sammlung schieben. Ich kann ihn in zwei schieben. Ich kann ihn in alle Sammlungen schieben. Und dann kann ich ihn auch in manchen Sammlungen wieder rauslöschen. Das ist gerade egal. Wenn ich ihn aber loswerden möchte, dann muss ich ihn tatsächlich hier bei meiner Bibliothek anklicken und hier halt mit Entfernen rauslöschen. Und jetzt fragt mich auch Zotero hier was anderes. Jetzt steht hier, sind Sie sicher, dass Sie den ausgewählten Eintrag in den Papierkorb verschieben wollen? Und wenn ich jetzt okay sage, dann fange ich an, Sachen tatsächlich zu löschen aus meinem kompletten Zotero. Jetzt ist er hier im Papierkorb. Ist hier jetzt gerade eben noch, klammert sich verzweifelt fest und winzelt um Gnade. Und jetzt kann ich hier nochmal rechts klicken und kann sagen, okay, entweder wiederherstellen oder dann endgültig löschen. Ich mache es wiederherstellen, weil ich brauche den an sich noch und gehe zurück zu meiner Bibliothek. Aber einfach, dass Sie verstehen, meine Bibliothek hier ist das einzige, wo tatsächlich die Datensätze liegen. Und alles andere sind nur Filter. Und Sie können selber sich diese Filter erstellen, indem Sie hier oben links auf Neue Sammlung draufklicken. Ich mache das jetzt auch mal. Ich klicke da drauf. Ich nenne die Neue Sammlung Test, weil jedes einzelne Tutorial irgendwas braucht, das einfach nur Test heißt. Das ist üblich, das ist Tradition. Hier ist jetzt eine neue leere Sammlung. Und ich kann jetzt sagen, okay, von meiner Bibliothek möchte ich den Bar da hineinziehen nach Test. Okay. Für was nimmt man jetzt diese Sammlungen? Wie hilft uns Zotero, schneller unser Zeug zu finden? Und da kommen wir jetzt rein in die große Kontroverse. Nimmt man jetzt eher diese, ich nenne es mal Ordnerstruktur, also diese Filter. Oder will man lieber mit den Tags arbeiten? Tags funktionieren folgendermaßen. Man kann die vergeben bei Datensätzen. Und zwar jetzt gehen wir auf Schulungsbeispiele. Man sieht jetzt hier gerade eben der Bliemel, der hat hier so einen roten Knopf. Da Flower und Gauss haben den auch. Und Gauss hat zudem noch diesen grünen Knopf. Das ist ein Symbol, dass diese Tags vergeben sind. Ich kann jedem Datensatz, den ich anklick, hier bei Tags einen Tag vergeben. Ich mache jetzt mal, ich gehe hier auf dieses Tag drauf, klicke hier auf Add für hinzufügen. Und dann kann ich anfangen zu tippen, dann schlägt er mir was vor. Zum Beispiel Beige, dann schlägt er mir vor, beschaffen, weil es das schon gibt. Klicke ich an. Und wenn ich dann den verlasse, spätestens dann ist das Tag auch gesetzt. Die grüne Farbe sitzt da. Der Vorteil von Tags ist es, dass die spontan einen Filter darstellen können. Wenn ich hier auf dieses Tag jetzt draufklicke, auf beschaffen, dann kriege ich nur noch diejenigen Werke in meiner Bibliothek, die dieses Tag hier gerade eben haben. Und wenn ich nur lesen wähle, kriege ich nur lesen. Und wenn ich beides wähle, dann kriege ich nur welche, bei denen beide Tags zutreffen. Also eine Ant, ein bullsches Ant. Das ist praktisch und so kann man sich eine Suche quasi zusammenstückeln. Wohingegen die Ordner, die muss man fix anlegen. Und das ist diese Kontroverse. Da gibt es Leute, die haben ganz starke Meinungen, dass man nur unbedingt mit diesen Ordnern, mit diesen Filtern arbeiten soll. Oder nur mit den Tags oder mit beiden, aber in ganz bestimmter Art und Weise. Und ich sage Ihnen jetzt einfach Folgendes. Bauen Sie sich erst dann so eine Struktur auf, wenn Sie merken, dass Sie mit Ihrer Gesamtliste hier oben den Überblick verlieren. Solange Sie hier noch klarkommen, brauchen Sie keine weitere Untergliederung. Dann kann das einfach alles in einem großen Behälter leben und es passt. Und in dem Moment, wo Sie merken, ja okay, ich muss das jetzt doch irgendwie aufteilen in zum Beispiel theoretische Literatur und die praktische Anwendung und so weiter. Dann können Sie von mir aus hier Filter machen mit diesen beiden Themen oder Tags mit diesen Themen und können sich so organisieren. Solange Sie Ihr Zeug finden, haben Sie Zotero richtig benutzt. Und wenn Sie stattdessen zehn Stunden da reinstecken und niemand hat irgendeinen Vorteil davon, auch Sie selber nicht, dann haben Sie es falsch gemacht. Gut. Das ist jetzt, wie man Literatur hier drinnen schnell wiederfindet, indem man eben sich das zurechtzieht, indem man hier die Felder ordnet, indem man Tags oder Ordner benutzt. Aber das lässt uns jetzt immer noch gerade eben diese eine große Frage offen. Wie kriege ich denn überhaupt jetzt Zeug nach Zotero rein? Also muss ich das alles von Hand eintippen? Kann ich irgendwas importieren? Wie geht das? Und das schauen wir uns jetzt an. Es gibt in Zotero sehr viele Wege, wie Sie zu einem Datensatz in Ihrem Projekt kommen. Und das Schöne ist, dass Sie sich wirklich komplett aussuchen können, welchen Weg Sie üblicherweise gehen. Also suchen Sie sich von den Sachen, die ich jetzt vorstelle, einfach das aus, was in Ihren Arbeitsablauf am besten reinpasst. Denn am Ende kommt ja immer irgendwie ein Datensatz raus, also so einer oder so einer oder so einer. Und diese Datensätze kann man nachträglich ja noch frei editieren. Sie sind also überhaupt nicht festgelegt durch Ihren Weg, was da für einen Datensatz bei rumkommt. Sie haben die Endkontrolle. Und ich sage Ihnen jetzt gerade eben schon, Sie müssen auch diese Endkontrolle vornehmen. Das ist der nächste Part nach diesem Import-Part vom Video, dass wir lernen, wie sieht ein Datensatz richtig aus. Denn, wenn zum Beispiel hier der Autor falsch geschrieben wäre oder der Titel fehlt, dann kann der gar nicht nach Word sauber ausgespuckt werden. Zotero kann nur das ausspucken, was hier ist. Und Sie können nicht auf den Import vertrauen. Sie müssten immer noch hier drüber gucken und sagen, okay, passt das alles? Sind die wichtigen Felder da oder fehlt noch irgendwas? Und das zeige ich Ihnen. Und das ist leicht und es sind nur vier verschiedene Arten von Medien. Wir kommen dazu. Was ich jetzt gerade nur sagen wollte, war, es gibt ganz viele Möglichkeiten, zu Ihren Datensätzen zu kommen und Sie haben die Endkontrolle. Gut. Welche Möglichkeiten gibt es? Ich habe jetzt hier mal aufgelistet, was ich Ihnen zeigen möchte. Das sind hier einmal Sachen, die der Zotero Connector tut. Also dieses Add-in für unseren Internetbrowser. Und dann noch die Sachen, was man in dem Programm Zotero selber tun kann. Die grünen Sachen sind die, die ich einfach jetzt hier in diesem Video live zeigen werde. Die restlichen Sachen, die kann ich jetzt nicht alle noch live zeigen, weil das Video sonst unendlich lang würde. Die sind aber auch sehr gut. Und Sie können einfach das auch nachschauen. Das empfehle ich Ihnen jetzt auch. Moment. Gehen wir mal gerade hin. Auf dieser Internetseite. Das ist jetzt hier gerade eben die Wissensdatenbank von Zotero selbst. Die sogenannte Knowledge Base. Und unter dem Artikel Adding Items to Zotero werden Sie immer die aktuelle Übersicht sehen, welche Möglichkeiten des Einfügens es für Zotero gibt. Also hier sind Sie nochmal klickbar genannt. Sie können aber auch einfach einmal alles durchlesen. Falls Sie zum Beispiel dieses Video hier weit, weit in der Zukunft angucken, gehen Sie gerne mal auf die Seite. Ich verlinke es in der Videobeschreibung. Und schauen Sie, ob nicht noch was Neues hinzugekommen ist, was für Ihren Arbeitsablauf noch sehr viel besser passt, wo Ihnen das Leben einfach erleichtert. So. Aber an sich, egal was wir jetzt hier da machen, am Ende kommt ein Datensatz raus, den wir editieren können. Das ist alles kein Hexenwerk. Wir fangen jetzt an mit dem einzelnen Literaturobjekt. Also quasi dem einzelnen Zeitschriftenaufsatz oder E-Book, was auch immer, das online existiert. Zum Beispiel dieser Datensatz. Das ist jetzt ein Zeitschriftenaufsatz. Der Zeitschriftenaufsatz, der wird hier auf der Verlagsseite, also eben von Dick Reuter, wird er genannt. Und ich bin jetzt übrigens hier gerade eben noch nicht im Netz der Hochschule Neu-Ulm. Deswegen kann ich den PDF-Volltext gar nicht runterladen. Ich müsste mich jetzt erst irgendwie authentifizieren. Und wir machen das gleich noch. Aber nur vorab jetzt gerade eben schon. Wenn ich jetzt den Import starte, dann kriege ich das PDF nicht mit. Das Volltext-PDF von diesem Fachaufsatz in genau dem Drucklayout. Und wenn ich im Campus-Netz bin, dann kriege ich ihn mit. Also, wie kriege ich den Datensatz? Wir haben hier oben unser Sotero-Add-In, das immer parat ist. Und je nachdem, was für eine Art von Medium es jetzt importieren kann, ist dieses Symbol hier ein anderes. Da müssen Sie sich einfach dran gewöhnen. Also hier ist es jetzt das Symbol für einen Zeitschriftenaufsatz. Und wenn ich jetzt mal hier durch meine verschiedenen Tabs durchgehe, dann werden Sie sehen, dass dieses Symbol hier immer ein bisschen anders aussieht. Je nachdem, wo ich gerade eben halt bin. Okay. Also. Wie geht das jetzt? Naja, ich mache auf dieses Symbol einen Linksklick. Kann dann noch entscheiden, in welche Sammlung ich jetzt möchte. In dem Fall sage ich jetzt Test. Und sehen Sie, dass hier jetzt gerade noch was grau ist. Und jetzt ist es nicht mehr grau. Das ist immer dann, wenn Sotero noch etwas mit runterladen möchte. Und dann einfach noch braucht, bis es das runterlädt. In dem Fall hat es jetzt irgendwie eine freie Version von dem PDF noch gefunden. Und hat die gleich noch versucht, mit runterzuladen. Das ist nicht die offizielle Volltext-Version von diesem Zeitschriftenaufsatz. Aber es ist besser als gar nichts. Wir werden es gleich sehen. Gehen wir jetzt mal rüber nach Sotero. Da ist jetzt hier in dieser Testsammlung der Datensatz da. Wir sehen auch, ah okay, da hängt ein PDF dran. Und ich kann jetzt das auch mal hier aufklappen. Dann ist hier dieses PDF auch nochmal genannt. Also man hat immer hier diesen, ich nenne es jetzt mal Mutterdatensatz. Und falls da an dem Datensatz Sachen dranhängen, dann sind die immer hier aufklappbar und auch wieder wegklappbar, dass man halt eine bessere Übersicht hat. So. Diesen Datensatz, wie gesagt, könnte ich jetzt hier anpassen von Hand. Und dieses PDF hier, wenn ich das jetzt mal doppelt klicke, kann ich das ja auch in Sotero öffnen. Und jetzt sehe ich hier, ah okay, das ist ein Pre-Proof Manuscript. Das ist also nicht die Endversion von dem PDF. Es ist besser als nichts. Klar, jetzt kann ich es hier lesen, kann mich in die Thematik einlesen. Aber wir können das besser. Wir können diesen Datensatz mit dem lizenzierten Volltext runterladen. Ich tue den jetzt mal hier löschen. Und wenn ich jetzt nur entfernen drücke, dann ist es ja noch aus der Sammlung draußen. Ich will ihn aber ganz löschen. Deswegen mache ich jetzt mal einen Rechtsklick drauf und sage in den Papierkorb verschieben. Dann ist er ganz weg. Okay. Wir gehen zurück auf die Internetseite. Und jetzt müsste ich mich ins Campus-Netz einwählen. Wie geht das? Naja, je nach Hochschule. An der Hochschule Neu-Ulm geht es jetzt typischerweise über EZ-Proxy. Und das kann ich entweder vorher starten, habe ich jetzt nicht. Oder ich kann es mir über diesen Reload-via-EZ-Proxy-Button nachträglich machen. So. Jetzt bin ich im Campus-Netz. Falls Sie das als angehörige Person der Hochschule Neu-Ulm noch nicht kannten, googeln Sie einfach nach EZ-Proxy nachträglich starten. Dann kommen Sie da raus, wie Sie diesen Knopf kriegen. Okay. Ich bin im Campus-Netz. Ich kann jetzt hier, sehen Sie, den PDF-Volltext auch runterladen. Ich könnte natürlich jetzt auch das alles nachträglich machen. Das selber von Hand runterladen, das PDF und das selber von Hand an den Zotero-Datensatz, den ich schon hätte, dranhängen. Geht natürlich auch. Aber jetzt mache ich es gleich richtig elegant, hoffentlich, wenn es klappt. Ich klicke hier oben wieder drauf. Links klick, so wie vorhin. Nach Test. Das passt, diese Sammlung. Und wir sehen, okay. Und jetzt lädt es mir wieder ein PDF-Volltext runter. Schauen wir uns das mal an, wie es diesmal aussieht. Wir klappen wieder den Mutter-Datensatz auf. Haben wir wieder ein PDF. Doppelklick. Ah, das sieht jetzt anders aus. Und das ist eben das End-Layout. Das ist das Print-Layout von genau diesem Zeitschriftenaufsatz, so wie es auch in der gedruckten Zeitschrift wäre. Und das ist zum Zitieren jetzt halt sehr viel besser, weil ich jetzt halt hier auch genau die echten Seitenzahlen habe. Und so kann ich halt damit nicht nur arbeiten, es lesen, sondern es halt auch zitieren. Okay, klasse. So, das wären jetzt die ersten beiden Möglichkeiten. Gehen wir nochmal in die Übersicht zurück. Wir haben jetzt ein Objekt so importiert und wir haben es noch mit dem lizenzierten Volltext importiert. Wunderbar. Im Internet gibt es jetzt aber nicht nur Zeitschriftenartikel und Bücher, sondern es gibt ja auch einfach Homepages oder Seiten, die einfach nur eine Internetseite sind. Und solche kann man halt immer mit einem Schnappschuss, einem Snapshot importieren. Das zeige ich als nächstes. Und da habe ich jetzt mal hier diese Internetseite. Und ich schicke es nochmal kurz ab. Ja doch. Ich habe jetzt hier diese Internetseite und könnte die jetzt auch wieder einfach über den Linksklick speichern. Und Sie sehen es hier gerade eben. Snapshot wird jetzt gerade eben noch grau angezeigt. Und in einem Moment, wenn das Internet schnell genug ist, jawohl, setzt das Ganze runter. Fertig. So würden Sie einen Internetdatensatz erzeugen. Ich will gleich noch auf etwas raus, aber wir gucken uns das jetzt mal gerade eben an. Wir haben hier jetzt einen Datensatz heruntergeladen. Wir können ihn auch wieder aufklappen und sehen hier diesen Schnappschuss. Übrigens dieser blaue Knopf hier, das ist das Symbol, dass ein Schnappschuss an diesem Datensatz dran hängt. Und wenn wir den Schnappschuss öffnen, ich mache mal einen Doppelklick, dann öffnet es in unserem Internetbrowser zwar, aber jetzt eben, das ist eine lokale Datei, ja, also das ist jetzt kein Internetlink, das ist, hier liegt der Schnappschuss, falls ich jetzt zum Beispiel für meine Lehrkraft alle Internetquellen belegen muss als abgespeicherte Dokumente. Das ist eine hervorragende Art und Weise, das zu tun. Da gehe ich einfach in diesen Ordner und schnappe mir die ganzen Schnappschüsse raus. Also, und wir sehen jetzt hier, der sieht ja wirklich sehr, sehr nah an dem aus, was er ursprünglich war. Je nachdem, wie dynamisch jetzt eine Seite ist und wie die aufgebaut ist, mag es mal ein bisschen anders aussehen, aber generell klappt es sehr, sehr gut. Und worauf ich jetzt gerade noch raus möchte, in diesem Fall haben wir eine Webseite gespeichert. Und die meisten Zitierstile, das können Sie nicht wissen, deswegen sage ich es Ihnen, die meisten Zitierstile kennen halt nur sehr wenige Medienarten, was überhaupt unterstützt wird. Also klassischerweise eben ein Buch, ein Zeitschriftenartikel und Webseite. Und es gibt aber auch viele Webseiten, wie jetzt zum Beispiel hier die Wikipedia-Seite. Wenn man die runterlädt, dann speichert es das als was anderes ab. Wir sehen das hier auch gerade eben schon. Das wird dann zum Beispiel ein Enzyklopädie-Artikel. Also wenn ich das jetzt mal tue, so jetzt lädt es mir das mal runter. Auch da warten wir wieder auf den Schnappschusskurs. Genau. Und schauen uns das jetzt mal im Vergleich an. Klappen wir hier mal das wieder zu, dass die Übersicht besser ist. Also das hier ist vom Eintragstyp eine Webseite und das hier ist ein Enzyklopädie-Artikel. Ich würde Ihnen generell empfehlen, wenn Sie sich nicht sicher sind, dass Sie sowas jetzt hier entweder nachträglich zu einer Webseite machen, so auf Webseite klicken, oder dass Sie es von vornherein als Webseite herunterladen. Zeige ich Ihnen jetzt gleich, wie das geht. Weil eben die meisten Zitierstile nur sagen, wie eine Webseite aussieht und nicht noch spezifisch wie ein Enzyklopädie-Artikel oder andere Arten von esoterischeren, selteneren Sachen sagen. Also selbst wenn Sie jetzt hier einen Podcast oder ein YouTube-Video haben, legen Sie es generell als Webseite an. Sie können es sonst auch ausprobieren, wie es nachher in Word rauskommt. Wenn es hübsch rauskommt, dann kann Ihr Zitierstil offensichtlich auch in einen Enzyklopädie-Artikel. Aber wie würde man das jetzt hier direkt erzwingen? Also wie kann man das jetzt tun? Ich schicke jetzt nun die Seite nochmal ab, weil immer wenn man eine Seite schon runtergeladen hat, dann kann es sein, dass Zotero das nicht nochmal runterladen möchte. Wie kann ich jetzt das erzwingen, dass es das direkt als Webseite speichert? Naja, ich mache einen Rechtsklick statt einen Linksklick drauf und hier bei Speichern nach Zotero, da wähle ich jetzt Save to Zotero entweder with Snapshot, eben mit einem Schnappschuss oder auch ohne einem Schnappschuss. Das wäre auch eine Option, wenn die Leute sagen, nö, ich möchte eigentlich die ganzen Schnappschüsse nicht. Und wenn ich das eben tue, dann bekomme ich einen Datensatz, der eben von vornherein schon eine Webseite ist, wenn man das jetzt eben wollte. Schauen wir uns das nur kurz zur Kontrolle an, ob das auch wirklich so funktioniert hat. Genau, da ist jetzt eben der neue Datensatz da. Gut. Das war Punkt 3. Jetzt geht es auch in Zotero, und das ist sehr, sehr schön für manche Leute, die eben sehr viel importieren wollen, dass man sehr viele Objekte gleichzeitig importiert. Klassischerweise, weil man halt gerade in einer großen Datenbank unterwegs ist, in einer Trefferliste und alles aus der Trefferliste haben möchte. Jetzt bin ich hier gerade in Google Scholar zum Beispiel, weil das einfach etwas ist, das jetzt jeder, egal an welcher Hochschule er gerade ist, nachmachen kann. Und da mache ich jetzt irgendwas, was viele Treffer gibt. So, und hier hätten wir jetzt halt einfach viele Literaturangaben. Und deswegen sehen wir in dem Zotero Connector auch gerade eben schon ein Ordnungssymbol. Und das könnte ich jetzt anklicken, mache ich auch, und muss jetzt dann nur noch sagen, von dieser Trefferliste, okay, will ich da jetzt nur bestimmte, ich nehme jetzt einfach mal, ich weiß nicht, den und den, so. Oder wollte ich jetzt auch direkt alle, die ich hier gerade eben zur Auswahl habe, könnte ich auf Select All klicken. Jedenfalls mache ich auf OK. Und dann werden mir jetzt die Daten hier wieder runtergeladen. Je nachdem, ob ich jetzt gerade wieder im Campus Netz bin oder eben nicht, bekomme ich hier jetzt wieder lizenzierte Volltexte direkt mit oder sonst halt nur die Gratis-Volltexte. Und je nachdem, wie viele Sachen ich anhake, umso länger muss ich jetzt halt hier warten, bis es alle möglichen Sachen runterlädt, die dann noch mit dranhängen, gerade eben. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um halt schnell Sachen runterzuladen. Aber nicht die einzige. Und die nächste, die wir gleich noch sehen, ich muss ja einfach nur reden, damit ich ein bisschen die Zeit überbrücke, bis es mir das runterlädt. Anscheinend fahre ich gerade im Hintergrund ein Update und deswegen ist mein Internet zu langsam. Ah ja, okay. Jetzt sehen wir hier auch den Volltext-Konto, das hier gar nicht runterladen. Jetzt haben wir das auch mal gesehen. Alles gar kein Problem, weil Datensätze hier nachträglich sich noch anpassen lassen. Gucken wir mal rüber. Jawohl, jetzt sind hier nochmal neue Datensätze da. Zum Beispiel hier dieser Bauer et al. oder Deb Dawson. Okay. So. Es geht nicht nur über diesen Ordner, sondern man kann oft auch eine Textdatei erzeugen und diese dann nach Zotero exportieren. Das ist hier diese letzte Sache, die man mit dem Zotero-Connector oder eben im Internet eher gesagt machen kann. Und der Zotero-Connector schaltet sich dann zu. Das ist sehr viel einfacher, als es gerade eben klingt. Viele Seiten bieten einem an, dass man eine Textdatei exportiert. Eine stupide Textdatei, in der drin steht, okay, welche Autor, welche Titel, welche Zeitschrift, in der es drin ist, von einem oder von zehn Literaturangaben. In Google Scholar geht es, zufällig geht es auch. Da könnte ich zum Beispiel auf dieses Zitieren draufklicken. Und dann bietet es mir hier jetzt zwar auch Zitierbeispiele an, falls man von Hand zitiert, aber das wollen wir ja nicht. Wir arbeiten mit Zotero. Das bietet mir hier unten auch Textformate an, nach denen ich das exportieren kann. Und je nachdem, also Zotero kennt die allermeisten von diesen Sachen. Jetzt klicke ich mal hier auf dieses Endnote-Format. Und dann fragt der Zotero Connector, hey, das sieht aus, als ob hier gerade eben eine Textdatei runtergeladen wird. Soll die direkt mit Zotero geöffnet werden? Jetzt sage ich hier mal ja. Ich könnte das auch immer erlauben für jetzt Google Scholar. Ja, bitte. Und dann sind wir hier auch wieder einfach bei dem Speichervorgang, den wir jetzt schon kennen. Und dann wird das eben heruntergeladen. Schauen wir mal kurz rüber. So, jetzt ist hier dieser von Sora et al. ist jetzt eben da. Das ist eine tolle Möglichkeit, wenn man eine Internetseite hat, wo eben nur diesen Textexport auch hat. Ansonsten hätte man ja auch hier jetzt gerade direkt mit dem Ordnungssymbol arbeiten können. Also dann ist das hier eigentlich ein Weg zu viel. Aber einfach, dass Sie das auch gesehen haben, funktioniert sehr, sehr gut. So. Und jetzt haben wir gerade eben alle Sachen abgehandelt, die Sie aus dem Internet heraus machen können. und jetzt schauen wir uns noch die Sachen an, die Zotero selber kann. In der Zotero Desktop-Anwendung kann man auf mehrere Arten jetzt noch Sachen hinzufügen. Und eine davon, die erste davon, die ich zeige, ist hier über diesen Button Eintrag per Identifier hinzufügen. Da können wir Sachen über eine ISBN oder einen DOI oder andere Sachen, die jetzt hier noch stehen, hinzufügen. Das heißt, wir müssen einfach nur eine ISBN kennen. Typischweise, indem wir das Buch vorliegen haben oder indem wir es irgendwo rauskopieren oder wie auch immer. Und dann können wir das Buch finden. Und ich kann jetzt ja genau eine ISBN auswendig wie Langzeitzuschauer des Kanals wissen. Und damit sollte ich ein Buch von einer Frau Dreifürst und Sennewald, ja genau, von den beiden sollte ich das bekommen. Sehr gut. Okay, also ich gebe ein ISBN ein. Zotero braucht eine Internetverbindung jetzt gerade eben. Sucht anhand der ISBN und lädt mir etwas herunter. Und auch da wieder, vielleicht bekomme ich da direkt noch irgendwelche ergänzenden Sachen. Zum Beispiel jetzt hier an diesem, ich nenne es wieder Mutterdatensatz, hängen mehrere andere Sachen dran. Zum Beispiel eben Notizen, die werden jetzt tatsächlich, die würde ich löschen, die bringen mir jetzt nicht viel. Aber hier gibt es auch noch das Table of Contents, das Inhaltsverzeichnis. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Genau. Das ist eine Möglichkeit, etwas hier in Zotero in der Desktop-Anwendung zu tun. Eben über dieses hier. Alles andere, was ich jetzt hier noch habe, reiße ich wie gesagt an. Ich mache es jetzt nicht mehr live. Aber es sind auch noch nützliche Sachen. Zum Beispiel eben nachträglich etwas, eine PDF zu ermitteln oder auch etwas dran zu hängen. Schauen wir uns das jetzt mal alles an. In dem Fall, ich habe jetzt hier ja keinen Volltext an sich, sondern nur ein Inhaltsverzeichnis. Und bei egal welchem Dokument ich jetzt hier noch bin, wo es noch nicht aktiv fehlgeschlagen hat, das PDF zu ziehen, kann ich noch sagen, okay, hey, gibt es denn von dem Ding hier nicht zufällig noch eine PDF? Dann mache ich einen Rechtsklick drauf und sage, verfügbares PDF finden. Denn solange ich im Campus-Netz meiner Hochschule bin, also jetzt im Fall der Hochschule Neuerm tatsächlich den VPN-Client installiert habe oder im Eduroam vor Ort auf dem Campus bin oder an einem stationären Rechner von der Hochschule Neuerm bin, nicht über EZ-Proxy tatsächlich, kriege ich auch die lizenzierten Sachen. Da kann ich draufklicken. In dem Fall, ja, davon gibt es jetzt gar keinen. Das heißt, da finde ich jetzt nichts. Aber das kann man auch einfach mal machen und dann zieht man halt die PDFs und statt die selber sich noch irgendwie ziehen zu müssen. Das ist natürlich sehr angenehm, wenn es klappt. Ich bin aber nicht darauf angewiesen. Ich kann auch sagen, hey, ich habe das PDF selber gefunden. Ich habe es mir jetzt irgendwo runtergeladen in meinen Downloads-Ordner oder aufs Desktop zwischengespeichert und jetzt kann ich hier eben sagen, Rechtsklick Anhang hinzufügen. Und jetzt könnte ich hier selber sagen, ja, ich möchte ganz gerne eine PDF anhängen und damit kann ich das selber nachbauen, was sonst dieses PDF finden tut. So, und jetzt kommen wir aber zu etwas, was meiner Meinung nach sehr, sehr hilfreich ist für die Leute, wenn man nicht mehr als diese 300 MB Speicherplatz hat bei Zotero. Das ist ja das, was standardmäßig jeder hat. Die Zahl mag sich in Zukunft ändern, kann man ja dann googeln. Aber auf jeden Fall, wenn man jetzt, wenn man halt nachträglich PDFs findet oder auch jetzt nachträglich anhängt, dann fügt man ja immer noch mehr Datenvolumen in seiner Bibliothek hinzu. Und man kann stattdessen auch nachträglich einen Link auf eine Datei anhängen. Da waren wir auch gerade eben. Also wenn ich jetzt hier bei dem Rechtsklick Anhang hinzufügen, wenn ich da nicht eine Kopie anhänge, nicht eine ganze Datei anhänge, nicht eine ganze PDF anhänge, sondern nur einen Link auf eine Datei anhänge, dann verbrauche ich keinen Speicherplatz. Das bedeutet für Sie, wenn Sie sagen, Mensch, ich habe irre viele PDFs oder andere Dateien, aber ich will jetzt, dass diese Dateien nicht meinen Speicherplatz in Zotero aufbrauchen, dann legen Sie die einfach an einen Ordner und verweisen über einen Link auf diese Datei. Zum Beispiel könnte das auch ein Cloud-Ordner sein. Also wenn Sie jetzt sagen, hey, ich habe hier eine iCloud, ich habe hier eine Dropbox, eine OneDrive, egal was, dann können Sie all Ihre PDFs in den OneDrive-Ordner legen und können darauf verlinken und dann kommen Sie eben an diesem Rechner und am nächsten Rechner, falls da der Link gleich ist, drauf. Das Einzige, was da fehleranfällig ist, ist halt, wenn Sie nachträglich jetzt in Ihrem OneDrive-Ordner oder was es auch ist, wenn Sie die Datei umbenennen, geht halt der Link kaputt. Also dann, das ist halt nur ein Link und der ist nur so gut, wie der Name der Dateien da immer noch passt. Aber das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Alternative, falls man eben von Anfang an die Dateien gut benennt oder falls man damit lebt, dass sie halt die ganze Zeit blöd benannt sind. So. Also das waren all diese Dinge und jetzt noch ganze Projekte von ganze Projekte importieren und von Hand. Beides sind sehr unterschiedliche Sachen jetzt gerade eben. Wir kommen drauf. Ganze Projekte importieren würde bedeuten, Sie haben eh schon von zum Beispiel einer Lehrkraft oder von einem früheren anderen Programm, Citavi oder EndNote, haben Sie eine ganze Bibliothek und dann können Sie die tatsächlich über Datei importieren, können Sie sich die holen. Und hier, da sind wir gerade eben, also eine Bibtech-Datei, eine RIS oder eine Zotero-RDF. Das sind so typische Möglichkeiten, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch Ihr Projekt selber exportieren, also hier Bibliothek exportieren, dann können Sie auch so eine RDF-Datei erzeugen und so können Sie das an jemand anderen schicken und dann können Sie die Person das wieder selber importieren als RDF. Was ist eben so eine Bibliothek? Naja, einfach die Gesamtheit all Ihrer Datensätze, die Sie hier haben. Da kann man halt ganz, ganz viele Sachen auf einmal reinpacken. Es gibt auch extra eine Möglichkeit, wie Sie aus einem Citavi bestehenden Projekt etwas erzeugen, was Sie dann nachher hier nach Zotero exportieren können, wenn Sie zum Beispiel jetzt gerade eben von Citavi umsteigen auf Zotero. Gut. Und das Letzte, was da gerade eben noch genannt war, war von Hand. Und das habe ich hier bewusst zuletzt jetzt genannt, weil das Ihre letzte Option ist, aber es bleibt eben einfach eine Option. Das heißt, Sie sind nie darauf angewiesen, dass hier irgendwas anderes klappt. Sie können immer auf die Option zurückfallen, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel jetzt hier einfach ein klassisches, echtes Buch wirklich mal in der Hand halten und dann sagen, Mensch, wie kriege ich das jetzt einfach noch zu Zotero rein? Na ja, Sie klicken auf diesen Knopf hier. Neuer Eintrag. Und dann machen Sie eben von Hand den Teil, den Sie eintragen möchten. Zum Beispiel ein Buch. So, und es entsteht halt ein leerer Datensatz und den befüllen Sie entsprechend. Also, egal was passiert, Sie kriegen garantiert Ihre Datensätze rein. Und jetzt geht es nur noch darum, wie die Datensätze überhaupt aussehen sollen. Und das ist der nächste Part von diesem Video. Wir kennen jetzt ja viele Wege, wie wir Datensätze in Zotero erzeugen können. Aber keiner dieser Wege hat eine Garantie, dass die Daten dann immer direkt schon stimmen. Und die Daten müssen halt stimmen. Also, Zotero kann nachher nur diejenigen Sachen in Word ausspucken, die hier drin stehen. Und wenn das nicht stimmt, stimmt es in Word nachher nicht und wir bekommen unsere Notenabzüge. Also müssen wir hier einmalig drüber gucken, dass das alles stimmt, dass kein Feld, das eigentlich nötig ist, leer geblieben ist und so weiter. Das klingt einschüchternd, aber das ist es nicht. Ich werde Ihnen das jetzt zeigen und Sie können das nachlesen, indem Sie sich diese PDF hier runterladen. Die verlinke ich unterm Video. Sie können die jetzt öffnen, indem Sie unterhalb von diesem YouTube-Video auf mehr oder mehr anzeigen, je nachdem, was YouTube gerade meint, wie der Knopf heißen muss. Sie klicken auf mehr, dann erscheint die Videobeschreibung und darin eben ein Link auf diese Datei namens Zotero, wie Sie am effizientesten Literatur von Hand anlegen. Und darin werden einfach die vier Arten von Medien beschrieben, die Sie brauchen, welche Felder Sie brauchen, Ergänzungen, Empfehlungen, wie die Felder eben genau zu befüllen sind und noch ein Beispiel. Mehr tut es nicht und das machen wir jetzt auch alles live. Das heißt, wenn Sie sich jetzt alles merken können, was ich die nächsten paar, vier Minuten sage, dann brauchen Sie die PDF auch gar nicht. Also, wir haben vier Arten von Medien. Buch, Buchteil, Webseite, Zeitschriftenartikel. Ich zeige von jedem jetzt den Volltext möglichst und zeige Ihnen dann, wie man die anlegt. Wir fangen jetzt oben an mit dem Buch. Ein Buch, ich hätte das jetzt auch hier als tatsächlich physisches Buch, aber ich habe gemerkt, dass das besser funktioniert für Sie, wenn wir uns das jetzt einfach online ein bisschen angucken. Dies hier ist es einfach ein Buch von zwei Autoren, aber es ist trotzdem ein Buch aus einem Guss. Dazu später mehr im Vergleich zu dem Buchteil. Dieses Buch, wenn wir das jetzt aufklappen, hat eine sogenannte Haupttitelseite, die hier, und die verwenden wir zum Zitieren. Nicht das Cover, weil das Cover ist Cover Artwork, das kann wirklich davon abweichen. Unter dem Namen hier wird es vertrieben. Wir haben hier schon viele Angaben, Autor, Titel, Auflage, Verlag und auf der Rückseite, der Haupttitelseite, auf dieser Seite hier, da haben wir die restlichen Angaben, die wir noch brauchen. Ich zoome jetzt hier mal ein bisschen rein und schiebe mich mal an die Seite, wo es dann steht. Hier bei dem Copyright-Zeichen, ich hoffe, das kann man auch gut lesen, immer das neueste Jahr ist unser Erscheinungsjahr, also 2017 hier. Da steht auch noch mal der Verlag, Schatauer und der sitzt eben in Stuttgart. Okay, dann schauen wir uns das jetzt mal in Sotero an. Wir haben hier dieses Buch und da drüben übrigens auch Eintragsart, kann man nachher noch ändern und wir müssen jetzt die Daten, die ich gerade eben alle genannt habe, kontrollieren, ob die da sind. Also haben wir den Titel, übrigens Titel mit Untertitel und dem Trendzeichen, dass Sie oder Ihre Lehrkraft dann eben dazwischen wollen. Titel und Untertitel. Haben wir die Autoren, haben wir eine Auflage, wenn es eine andere als die erste ist. Die erste nennt man nie, also hier wird nie eins stehen. Wenn es die erste Auflage ist, lassen Sie es leer. Aber wir haben gerade gesehen, das war die zweite überarbeitete Auflage. Dann schreiben wir hier eine 2 rein. Man könnte auch dieses überarbeitete noch mit reinschreiben, aber üblicherweise reicht es, die nackige Zahl zu nennen. Den Ort, wo der Verlag sitzt, der Name des Verlags, entweder so oder mit Verlag. Da können Sie sich entscheiden, aber machen Sie es dann halt durchgängig. Und noch unser Erscheinungsjahr. Dies sind die notwendigen Angaben für ein Buch. Natürlich könnten Sie jetzt noch eine URL mit angeben und so weiter, wenn es ein E-Book wäre, aber Sie müssten nicht mal. Ein E-Book im akademischen Bereich entspricht dem gedruckten Werk im Layout. Seite 63 im E-Book ist Seite 63 im gedruckten Buch. Das hier wäre auch schon eine korrekte Zitierweise für ein E-Book in aller Regel. Die Lehrkraft darf sich hier was wünschen. Okay. Alle anderen Felder, die hier sind, dürfen leer bleiben. Sie brauchen keine ISBN angeben, weil die im Literaturverzeichnis üblicherweise nicht auftritt. Und je nach Zitierstil, den Sie wählen, werden sehr wahrscheinlich auch nur diese Felder gezogen. Das heißt, selbst wenn hier irgendwie was drin stünde, wird es nachher in Word nicht erscheinen. Sie müssen das also auch nicht künstlich leer räumen, alles das, was hier noch steht. Sie können es einfach lassen, wenn da was drin ist, weil es taucht eh nicht auf. Gut. Jetzt hier noch ein Wort zu den Autoren, falls Sie hier mal was machen müssten, weil das ist das einzige Feld, wo ein bisschen mehr kann, wo ein bisschen komplizierter aussieht, ist es aber nicht. Erstmal, Sie können hier vorne entscheiden, was für eine Art von Person Sie hier gerade angeben. Also wenn Sie jetzt jeden Werk hätten, bei dem Sie keine Autoren, sondern Herausgeber brauchen, dann schalten Sie hier um auf Vorausgeber. Sie können hier zwei verschiedene Felder vergeben. Einmal das Nachnamenfeld und dann das Vornamenfeld. Und Sie können an diesem Knopf umschalten, ob Sie das möchten oder ob Sie lieber ein großes Feld wollen. Zum einfachen Feld wechseln, ich klicke da jetzt mal drauf, und vor allem ist es nur noch ein Feld. Der Unterschied ist folgender. Wenn Sie diese Zweifelderansicht haben, dann wird dieser Autor behandelt nach der Vornamenregelung Ihres Zitierstils. Die meisten Zitierstile tun zum Beispiel im Fließtext den Vornamen abkürzen oder komplett weglassen. Das passiert, wenn Sie es so eintragen mit zwei Feldern. Manchmal haben Sie aber gar keine zwei Autorenteile oder manchmal haben Sie zum Beispiel einen Institutionsnamen, Bundesagentur für Arbeit. Da wollen Sie ja nicht, dass irgendwas abgekürzt wird. In dem Fall schalten Sie um auf das einfache Feld, schreiben hier rein Bundesagentur für Arbeit und dieses einfache Feld wird nie berührt von dieser Vornamen-Nachnamenregelung. Das wird immer vollständig ausgespuckt und das wollen Sie ja dann auch. Dann gibt es hier noch diese Minus- und Plusknöpfe. Das ist ganz einfach. Mit Plus erzeugen Sie jeweils noch einen drunter, einen Leeren, den Sie eintragen können. Und mit Minus nehmen Sie den Eintrag weg. Das war das Buch und vieles von dem, was wir hier gerade gelernt haben, brauchen wir jetzt auch bei den nächsten Sachen. Wir machen jetzt mal hier direkt mit dem Buch Teil weiter, weil Sie sich vielleicht gerade eben schon fragen, Moment, wenn ich jetzt hier gerade das Buch im Ganzen angebe, warum gibt es jetzt hier Buch Teil? Das machen wir immer dann, wenn wir ein Werk haben, das aus vielen verschiedenen einzelnen Aufsätzen besteht. Das zeige ich Ihnen am besten live oder so live, wie es dann eben geht, mit diesem Buch von der Frau Dreifürst und der Frau Sennewald, das wir vorhin schon mal mit der ESPN importiert hatten. Hier vorne drauf stehen diese Personen, da steht hinten dran HIRSK für Herausgeberinnen, also das zählt für beide. Das ist unser erstes Signal, dass das hier kein normales Buch ist. Aber das Kriterium ist, wenn wir das Ding dann aufschlagen und nach der Haupttitelseite und der Rückseite der Haupttitelseite kommt hier ein Inhaltsverzeichnis, bei dem wir merken, Moment mal, hier sind ja die einzelnen Leute genannt, die die Aufsätze geschrieben haben. Das ist ja gar nicht ein Ding im Guss, im Ganzen, sondern wir haben hier ein Sammelwerk aus vielen verschiedenen einzelnen intellektuellen Werken. Weil das hier von anderen Leuten geschrieben wurde als der hier und als der hier und als der hier. Und immer wenn wir sowas sehen, müssen wir das Werk als ein Buchteil zitieren. Also das hier ist ein Buchteil und wenn wir zufällig noch einen Aufsatz brauchen, den hier, dann müssen wir den als noch einen Datensatz in Sotero anlegen und wieder selber als Datensatz in Word zitieren. Also, diesen Datensatz hier, diesen Aufsatz von Flower und von Hayes, den haben wir in Sotero jetzt drin. Den zeige ich Ihnen jetzt. Da haben wir hier einmal die Eintragsart Buchteil eben für alles das, was ein klar unterscheidbares Werk innerhalb eines Buchs ist. Und es muss nicht, das vielleicht noch kurz, es muss nicht im Inhaltsverzeichnis schon sichtbar sein. Es kann auch erst beim einzelnen Kapitel dann drüber oder drunter stehen, dass das jetzt von Flower und von Hayes war. Dann ist es immer noch ein Sammelwerk und dann müssen Sie es immer noch als Buchteil anlegen. Aber die Felder, die es jetzt hier vergeben, sind eben wieder der Titel mit Titel und Untertitel des Aufsatzes. Der Titel des Buchs, der ist hier unten, kommen wir gleich dazu. Aber hier der Titel des Aufsatzes, die Autoren des Aufsatzes, dann noch die Herausgeber, in diesem Fall Herausgeberinnen des Buchs, die Frau Dreifers und die Frau Sennewald, der Buchtitel, auch wieder mit Titel und Untertitel. Dann brauchen Sie immer noch, wie bei jedem normalen Buch auch, einen Verlag und einen Ort, wo der Verlag sitzt. Sie brauchen ein Jahr und Sie brauchen in diesem Fall noch die Seiten von bis. Das ist eben Start bis Endseite des Aufsatzes. Das ist also ausdrücklich nicht die Seiten, die Sie zitieren wollen, sondern wirklich, wo fängt der Aufsatz an und wo hört er auf. Die vollständige Angabe. Welche Seite Sie zitieren, das geben Sie immer erst in Wörtern an, wenn Sie den einzelnen Aufsatz zitieren. Hier, Anfang bis Endseite. Und was jetzt hier nicht vorkam bei diesem Beispiel, was aber auch sehr selten an sich bei Buchteilen, bei Sammelwerken vorkommt, ehrlich gesagt, ist eine Auflage. Also wenn dieses Werk jedoch auch in der zweiten, dritten, vierten Auflage erschienen wäre, würde man das hier klar wieder nennen. Aber meistens ist es so, dass ein Sammelwerk, da kommen die Autoren nur einmal zusammen. Also in dem Fall die Herausgeberinnen hier, die waren quasi die Managerinnen, die haben geguckt, die haben die Leute eingeladen, haben geguckt, dass sie die Aufsätze inhaltlich nicht zur Ake beschneiden. Aber das ist halt alles ziemlich Aufwand und deswegen macht man das eigentlich nur einmal und nicht noch ein zweites, drittes Mal. Man nennt es dann meistens auch ein anderes Buch. Aber das werden die Pflichtfelder für einen Buchteil, das Sie immer dann nehmen, wenn Sie im Inhalt so sein, also du wohnst, das sehen, oh, dieses Buch ist ja gar nicht aus einem Guss. Machen wir weiter mit etwas Ähnlichem, das auch ein Teil von etwas Größerem ist, mit dem Zeitschriftenartikel. Da habe ich Ihnen den Zeitschriftenartikel im Volltext jetzt hier mal geöffnet. Das ist jetzt hier ein Zeitschriftenaufsatz von dem Herrn Blieme. Und das Schwierige hier ist meistens nicht, dass man den Mensch und den Namen der Zeitschrift und den Titel einträgt, sondern meistens sind es diese kryptischen Angaben hier oben, wo man nicht so wirklich weiß, okay, was ist denn das? Und es ist folgendermaßen. Ich wechsle mal rüber und wir gehen von oben nach unten durch. Ein Zeitschriftenaufsatz heißt eben hier in Sotero Zeitschriftenartikel, der hat seinen Titel vom Aufsatz, Wiedertitel und Untertitel, er hat einen Autor oder mehrere Autoren, er hat den Namen der Zeitschrift, soweit, so gut. Alles das bisher übrigens auch wieder Pflichtfelder, ich sage immer nur Pflichtfelder hier gerade. Und dann haben wir jetzt hier Band und Ausgabe. So, Band ist der Jahrgang, die Zählung, seit wie vielen Jahren es diese Zeitschrift schon gibt. Band 4 bedeutet, diese Zeitschrift war im Jahr 2014 in ihrem vierten Erscheinungsjahr. Die kam also wahrscheinlich das erste Mal 2011 raus, das war dann Jahrgang 1, also Band 1 und 2012 war der zweite, 2013 war der dritte, 2014 ist der vierte Jahrgang. Nicht jede Zeitschrift tut das. Manche Zeitschriften sagen, die Jahresangabe, die reicht uns, aber es gibt wirklich viele Zeitschriften, gerade im Wissenschaftlern, im Bereich, die dann auch den Jahrgang zählen, im englischen Volume in aller Regel. und dann gibt es eben zusätzlich noch das Heft, im englischen Issue typischerweise. Und die Unterscheidung, welche Zahl welches Ding ist, das machen sie, wenn sie es nicht selber an dem Zeitschriftenheft sehen, dann öffnen sie am besten das Zeitschriftenarchiv online, da googeln sie einfach nach dem Namen von dem Ding, also Entrepreneurship, Research Journal und dann noch Archiv oder Archive. Und dann kommen sie an der Liste raus und dann sehen sie ja, okay, welche von den Zahlen ändert sich jetzt nur jedes Jahr, das ist dann ihr Jahrgang, den tragen sie hier ein. Und das hier, das ist einfach, ändert sich mit jedem Heft. Das hier ist das zweite Heft von dieser Zeitschrift, das 2014 rauskam. Jede Zeitschrift hat ja normalerweise sechs oder zwölf oder noch mehr Hefte, die pro Jahr rauskommen. Innerhalb eines Hefts, da geht es dann bei manchen Zeitschriften jedes Mal von 1 los. Da ist es dann besonders wichtig, dass sie sagen, was Heft sie meinen, weil sonst ist Seite 1 keine eindeutige Angabe. Es gibt aber auch Zeitschriften, die laufen dann durch. Da macht Heft 2 da weiter, wo Heft 1 aufgehört hat. Aber auch hier geben sie auf jeden Fall wieder an, von Startseite des Aufsatzes bis Endseite des Aufsatzes ausdrücklich wieder nicht das, was sie gerade nur zitieren. Das, was sie zitieren, geben sie erst in Word beim Einfügen ein. Das zeige ich Ihnen. So, dies sind die Pflichtangaben für einen Aufsatz. Alles weitere kann wegfallen. Falls Sie möchten, dass die URL mit auftaucht, nochmal hier der Hinweis, die URL taucht nur dann in Word auf, wenn zum einen der Zitierstil das will und zum anderen, wenn Sie in Zotero bei Bearbeiten, Einstellungen, Zitieren, diesen Haken hier gesetzt haben. URLs von gedruckten Artikeln im Literaturwurzents aufführen. Sonst taucht der nicht auf. Sie wollen den aber manchmal, wenn Sie zum Beispiel eine Zeitschrift haben, die rein online existiert. Die meisten Zeitschriften arbeiten da immer noch mit Band und Ausgaben hier, also mit Jahrgang und Heft. Es gibt aber auch welche, die sagen online, nö, ich bestelle jetzt nur noch aus einzelnen Aufsätzen, es gibt gar keine Hefte mehr, es gibt jetzt nur noch den Link genau auf diesen Aufsatz und den gibt es auch nicht in gedruckter Form. Dann wollen Sie wahrscheinlich eine URL. Und das Letzte, was wir jetzt noch haben, ist die Webseite und die ist von den Angaben her am einfachsten. Da sind am wenigsten Angaben da und da ist eher das Problem, was passiert denn, wenn da mal Angaben fehlen? Und ich zeige Ihnen jetzt hier ein Beispiel, wo es gut läuft, wo wir eigentlich alles haben. Zum Beispiel jetzt hier dieser Aufsatz, da haben wir einen Titel von dem Werk, hier Blogartikel, braun substanz, alles andere ist noch bei Work. Wir haben ein Jahr, wann es erschienen ist. Wir haben hier eine Person, wenn wir ganz runterrollen, dann finden wir raus, das ist die Daniela Sprung. Und wir haben natürlich auch eine URL, die haben wir eh immer. Und das sind schon unsere Pflichtangaben. Wir haben jetzt hier dann, Sie sehen da bei der Webseite, Eintricksart eben Webseite, Titel von dem Werk, der Autorin in dem Fall. Es können auch mehrere sein oder es kann eben auch nichts sein. Darauf will ich gleich raus. Erscheinungsjahr, URL und Ihr Prüfdatum, wann Sie eben das Ding geöffnet haben. Nicht, wann es erschienen ist, wann Sie es geöffnet haben. So weit, so gut. Aber was passiert jetzt, wenn Sie zum Beispiel keine Autorin hier hätten, wenn da nicht die Frau sprungnamlich drangestanden wäre? Na ja, dann machen Sie stattdessen ein einfaches Feld und schreiben da rein O.V. für ohne Verfasser oder O.A. für ohne Autor eins und beiden. Bei der englischen Arbeit üblicherweise N.A. für no author. Aber in dem Fall haben wir glücklicherweise eine Autorin und deswegen trage ich jetzt hier die Frau Sprung wieder ein. Was machen Sie, wenn Sie kein Jahr haben? Und ausdrücklich, es zählt nicht das Copyright-Jahr bei irgendeiner Webseite. Also auf einer Homepage, nur weil da dran steht Copyright-Jahr 2022, heißt das nicht, dass der Inhalt von 2022 ist. Da machen Sie typischerweise O.J. für ohne Jahr und im Englischen N.D. für no date. Typischerweise. Ihre Lehrkraft darf sich da wieder was wünschen. Bei der URL bitte nix wegkürzen und so. Also lassen Sie das HTTPS-Protokoll gerne da. Lassen Sie das .pdf, falls es das am Ende wäre, da. Hier nichts verändern, dass es künstlich kürzer wäre. Das machen einfach. Ich habe aus meiner Erfahrung manche und das gibt keinen Sinn. Lassen Sie die URL, wie sie ist. Und Ihr Herunterladedatum können Sie gerne am Ende der Arbeit nochmal erneuern. Öffnen Sie dazu einfach alle Webseiten, sind die noch da. Wenn ja, super, neues Datum. Wenn nicht, dann nutzen Sie jetzt Ihren Schnappschuss und fügen das der Arbeit als Anhang bei. Weil dann hat die Leserschaft immer noch die Möglichkeit, das Ding zu öffnen. Gut. Und jetzt ist eben die Frage, wann nimmt man denn von diesen vier Typen was? Und vor allem, komme ich damit wirklich aus? Was ist, wenn ich jetzt eine geografische Karte habe? Was ist, wenn ich jetzt einen Podcast habe? Was ist jetzt mit allem möglichen Zeug? Und da, jetzt nochmal der Hinweis, das steht auch hier in meinem Handout, das Sie unter dem Video in der Videobeschreibung runterladen können. Hier ist dieser Ablauf, den ich Ihnen jetzt nochmal schildere. Wenn Sie etwas haben, das rein online lebt, das es nur online gibt, wo Ihre Leserschaft nur über eine URL erreichen kann, nehmen Sie Webseite. Ausnahmslos. Denn nur bei der Webseite haben Sie garantiert eine URL, die im Literaturverzeichnis auftaucht und Ihre Leserschaft braucht diese URL. Viele Zitierstile sehen bei Buch und bei Zeitschriftenartikel und so weiter keine URL unbedingt vor. Und wenn die URL so nötig ist, dann machen Sie Webseite. Eine Webseite ist überhaupt nichts Schlechtes und die hat ja auch Autorjahrtitel, so wie alle anderen Sachen hier auch. Autorjahrtitel haben alle diese Dokumente eh schon. Es geht nur darum, jetzt hinten raus bei einer Webseite zum Beispiel, wie erreicht die Leserschaft das? Naja, über die URL. Deswegen meine Webseite. Als nächstes Zeitschriftenartikel und Buchteil. Das sind ja diejenigen Objekte, die kleine intellektuelle Werke innerhalb von einem größeren Werk sind. Und die nehmen Sie eben immer dann, wenn Sie merken, oh ja, das ist hier gar nicht ein Werk, das für sich alleine steht. Da ist ja noch ganz viel drumherum. Und wenn dieses drumherum eben dann ein Werk ist, das sich selber durchzählt, das in vielen Heften in Nummerierten erscheint und wo in jedem Heft dann auch mehrere Aufsätze drin sind, dann haben Sie eine klassische Zeitschrift vor sich. Die heißt auch meistens Zeitschrift oder Journal oder so. Dann nehmen Sie den Zeitschriftenaufsatz. Wenn das nicht zutrifft, also dieses übergeordnete Werk ist nur einmal erschienen, dann handelt es sich in aller Regel um ein Sammelwerk. Dann nehmen Sie eben Buchteil und tragen hier sowohl die Eintragungen von dem einzelnen kleinen Werk als auch vom übergeordneten Werk ein. So, und in jedem anderen Fall nehmen Sie Buch. Das ist der Trick. Also, wenn Sie eine geografische Karte haben, nehmen Sie Buch. Wenn Sie eine Hörspielkassette anlegen müssen, nehmen Sie Buch. Warum? Weil ein Buch, so wie alles andere hier wieder Autor ja Titel hat, das ist kein Unterscheidungskriterium, aber ein Buch hat eben einen Ort und eine Firma, die dahinter steht. Und das können Sie nutzen für jedes andere Werk. Also, denken Sie hier nicht, oh, ist es ein Buch, sondern habe ich hier ein Objekt, das für sich alleine steht und es irgendwo von irgendwem gemacht worden ist. Eine Hörspielkassette ist irgendwann und irgendwo von irgendwem gemacht worden. Da klappen die Buchangaben. Eine geografische Karte wurde irgendwann von irgendwem irgendwo gemacht. Es klappen die Buchangaben. Was ist mit einem Podcast, wo ich vorhin gesagt habe? Naja, da ist jetzt die Frage, ist der Podcast eine DVD, die Ihnen vorliegt oder so, dann ist die irgendwo in physisch erschienen, dann ist die halt ein Buch. Wenn jetzt der Podcast online ist und Sie haben eine URL, dann nehmen Sie wieder eine Webseite. Sie merken, Sie müssen da pragmatisch rangehen, weil nachher steht nirgendwo in Ihrem Literaturverzeichnis groß in den roten Buchstaben dran, dass Sie ein Buch gewählt haben in Sotero. Das sieht niemand. Es geht rein um die Angaben. Autorjahrtitel ist eh immer da. Bei etwas, das irgendwo irgendwann erschienen ist, nehmen Sie ein Buch. Bei den Sachen, die in was Größerem drinstecken, Buchteile oder Zeitschriftenartikel und bei Sachen, die rein online existieren, Webseite. Und damit, glauben Sie mir, kommen Sie durch. Und falls Sie doch irgendwas ganz Besonderes haben, dann schreiben Sie einfach einen Link in die Kommentarsektion von diesem Video und ich werde garantiert darauf antworten und Ihnen sagen, was das meiner Meinung nach sein könnte. Nützlich wären auch immer noch die Leitfäden von Ihren Lehrkräften, nach denen Sie gerade eben arbeiten. Jetzt wissen wir, wie wir Datensätze kontrollieren können. Das müssen wir irgendwann einfach machen. Wir müssen es nicht gleich machen. Egal wann wir es tun, es wird dann in Word aktualisiert. Dann haben wir saubere Daten. Und jetzt geht es ja nur noch darum, wie wir das tun, was wir eigentlich die ganze Zeit schon tun wollten, nämlich ja in Word einfach mit dem Zeug arbeiten. Nochmal, das hier ist ja nur ein Werkzeug, das uns das Arbeiten in Word erleichtern sollte. Sie haben jetzt einmal gelernt, wie man das hier benutzt, aber hoffentlich sehen Sie es gar nicht so viel, wie wir es jetzt hier in dem Video gesehen haben. Eigentlich geht es ums Arbeiten in Word und das schauen wir uns jetzt an. Wie in jeder guten Geschichte sind wir jetzt am Ende eigentlich wieder genau da, wo wir am Anfang schon mal waren, nämlich in Microsoft Word in diesem Fall, nur eben mit einem besseren Verständnis, was hier gerade eben passiert. Wir wissen, im Hintergrund liegt unsere Zotero-Bibliothek und darin ruht einfach all die Literatur, die wir hinzugefügt haben. Da ist nichts Markisches dabei. Wir haben das eingefügt, wir haben die kontrolliert, haben geguckt, passt auch zu ihr Artikel. Jetzt haben wir einfach einen schönen Fundus an Literatur, die wir zitieren wollen und die wollen wir hier jetzt eben einfügen. Wie geht das? Es gibt in Microsoft Word und übrigens auch in LibreOffice, habe ich schon am Anfang gesagt, einen Zotero-Reiter, der automatisch mit installiert wird, wenn Sie das Programm installieren. Falls das nicht bei Ihnen der Fall ist, habe ich das am Anfang bei der Installation nochmal gesagt. Ich packe Ihnen hier nochmal die Zeitmarke rein von diesem Video, wo das war. Können Sie zurückspringen. Wir haben hier einige wenige Knöpfe und wir werden die jetzt der Reihe nach durchmachen auch, nicht ganz der Reihe nach, aber wir werden alle sehen und ich werde jetzt mit verschiedenen Zitierweisen durchmachen, aber bitte egal, welche Zitierweise Sie anschauen, bitte schauen Sie sich vor allem jetzt den Anfang an. Ich fange an mit der Harvard-Zitierweise, den Klammern im Text, aber vieles von dem, was ich da sage, gilt dann auch nachher für die Fußnoten-Zitierweise und auch für die Vancouver-Zitierweise mit Referenznummern im Text, die auf ein nummeriertes Literaturverzeichnis verweisen. Also wir werden es alles der Reihe nach sehen, aber irgendwie müssen wir es halt machen und starten wir am besten einfach. Wenn man etwas einfügen möchte, dann fügt Zotero das immer an der Stelle ein, wo der Cursor steht und typischerweise passiert es über Add, Edit, Citation. Wenn ich jetzt aber in einem neuen Word-Dokument bin und da draufklicke, dann sagt Zotero quasi Stopp, 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 ich weiß ja gar nicht, was für einen Zitierstil wir hier gerade benutzen und öffnet dann immer den Dialog Document Preferences. Also diesen hier. Und da muss man sich dann erstmal entscheiden, was will man gerade eben für einen Zitierstil. Und wie gesagt, ich fange jetzt an mit einem Klammern-Text-Zitierstil und zwar in diesem Fall mit der APA 7th Edition. Das ist der bekannteste, weltweit meist genutzte Zitierstil nach Harvard-Konvention eben von der American Psychological Association, der APA. Ich klicke den an und könnte jetzt hier auf OK gehen. Ich möchte aber noch vorher auf eins hinweisen. Die APA ist eigentlich ein englischsprachiger Stil. Aber wenn ich hier bei Sprache gerade eben ausgewählt habe Deutsch, das hat mir mein Word jetzt schon automatisch übernommen, werde ich eine deutschsprachige Übersetzung der APA verwenden. Wenn ich eine englische Arbeit schreibe, dann müsste ich jetzt hier umstellen auf Englisch zum Beispiel UK oder US. Der Zitierstil, nicht jeder Zitierstil bietet diese Möglichkeiten, die Sprache einzustellen, aber diejenigen, die es tun, die passen sich eben der Sprache der Arbeit dann an. Ich habe hier an Zitierstilen nur diejenigen zur Auswahl, die eh in Zotero vorhanden gewesen wären und diejenigen, die ich eben von Hand hinzugefügt habe. Und auch da nochmal, das geht dann hier bei Stile verwalten. Ich habe das am Anfang bei der Installation gesagt, ich packe hier auch jetzt nochmal die Zeitmarke hin, wo es darum ging und für die Angehörigen der Hochschule Neuulm, der HNU, einmal nochmal der Hinweis, für jede einzelne Lehrkraft, die an der HNU einen Leitfaden hat, eine bestimmte Zitierstil, wie sie möchte, gibt es auf den Internetseiten den Zitierstil für Zotero zum runterladen, die habe ich alle programmiert und die Zitierstil-Seite heißt Zitierstile an der HNU. Suchen Sie eine Suchmaschine danach, dann finden Sie das und dann können Sie das Zeug, so wie am Anfang gezeigt, hier hinzufügen, dann ist es hier auswählbar. Also, starten wir mit diesem Zitierstil, das ist ein H-Wort Zitierstil mit Klammern im Text also. Wenn man jetzt etwas einfügen möchte, klickt man hier auf Add Edit Citation. So fügt man Literatur ein und es erscheint diese Zotero-Leiste, diese Suchleiste, wo man jetzt was suchen kann. Es gibt eine zweite Möglichkeit, davon abweichend. Also, ich kann hier eben GAU, dann suche ich nach Literatur, die das beinhaltet, GAUS und MUCHE, dieses Buch, das ich vorhin hatte. So kann ich suchen, aber wer jetzt nicht suchen möchte, wer lieber einen Überblick über all seine Literatur gerade eben hätte, der klickt hier auf dieses Pfeilchen und sagt klassische Ansicht und dann bekommt er eben die Liste der Literatur und kann die einfach anklicken und kann sagen, jawohl, den wollte ich einfügen und kann dann auch direkt die Felder vergeben, die wir gleich noch sonst bei der Leistenansahl sehen. Das einfach nur als Möglichkeit, ich werde es jetzt nicht machen, ich werde immer mit der Leistenansicht arbeiten, finde ich einfach auch angenehmer, ist aber letztlich Geschmackssache, lässt sich mit den Einstellungen auch vorenstellen, ob immer das hier kommt oder was anderes. So, wenn ich hier draufgeklickt habe, dann entsteht eben diese Leiste und ich kann hier drin etwas suchen, zum Beispiel dieses Werk von GAUS und von MUCHE, wenn ich da etwas finde, dann wird hier eine Trefferliste angezeigt, wenn es mehrere sind, muss ich mich jetzt hier halt entscheiden, ansonsten kann ich auch einfach Enter drücken und es übernimmt mir den in diese Auswahl. Ich könnte das jetzt mit einem Enter abschicken und dann würde ich es ohne weitere Einstellungen abschicken. Das tue ich jetzt auch mal. Und dann wird es eben an der Stelle, wo mein Cursor vorhin stand, eingefügt. Jetzt haben wir hier eine Zitation, gemäß nach Harvard-Zitilweise, der APA 7th Edition, von diesem Buch, aber halt ohne Seiten. Und das ist ein bisschen nicht gut, gerade wenn Sie ein komplettes Buch zitieren, so weiß eigentlich niemand genau, welche Stelle Sie meinen. Also sehr viel häufiger werden wir etwas mit den Seitenangaben zitieren und das machen wir jetzt. Also Cursor steht jetzt hier. Wir klicken noch mal auf Add Added Citation. So und wieder den GAUS. Jetzt erscheint er hier zweimal, nämlich hier oben in dem Bereich zitiert und dann unten noch mal bei der Gesamtliste. Die Übersicht ist jetzt praktisch, wenn Sie 10 Beiträge haben von den Personen, einen haben Sie schon benutzt, dann sehen Sie, ah okay, das war der, den ich schon hatte und dann können Sie den anklicken und mit dem weitermachen. Statt es jetzt hier abzuschicken mit einem erneuten Enter, klicke ich den an und dann kann ich dem einzelne Sachen zuweisen. Zum Beispiel hier die Seiten. Ich kann sagen, okay, ich zitiere gerade Seite 40 oder ich zitiere gerade eben Seite 40 bis 42. Falls Ihre Lehrkraft das wollte, können Sie hier auch das mit dem F oder dem FF machen. Ich persönlich bin jetzt da kein Fan davon, weil es eine ungenaue Angabe ist. So gehen die Seiten. Sie drücken wieder Enter, wenn Sie hier fertig sind. Checken es ab, noch mal Enter und es ist drin. Jetzt haben Sie eine Situation, die tatsächlich so am häufigsten vorkommt bei der Harvard-Zitierweise und eigentlich auch bei vielen Fußnoten. Was bei Fußnoten jetzt noch häufig der Fall ist, bei Klammer im Text-Zitierweise eher nicht, aber wir machen es jetzt, ist Präfix und Suffix. Also fügen wir hier was ein. Ich stelle mein Cursor jetzt immer ans Ende vom Satz vor dem schließenden Punkt übrigens gerade eben. Also hier müsste man der Form halber eigentlich jetzt noch den Satz beenden und an der Stelle setze ich jetzt wieder meinen Cursor hin, dass es da entsteht. Klicke wieder auf Add Added Citation, suche mir wieder Gauss und Muche her, klicke die noch mal an und sage hier diesmal CT Seite 40. Aber jetzt möchte ich vorne dran noch etwas haben oder ich möchte hinten dran noch etwas haben oder ich möchte sogar beides. Man könnte bei Präfix zum Beispiel eintragen VGL Punkt und das wäre dann bei Klammern im Text CT-Weisen sehr unüblich, aber man kann das machen, wenn die eigene Leerkraft es wünscht. Man kann beim Suffix etwas hinhängen, was hinten dran hängt, zum Beispiel Komma, Leerzeichen C Anhang 3 und dann drückt man auch wieder Enter, wenn man hier fertig ist, drückt noch mal Enter, wenn man da fertig ist und jetzt hat man hier diese Angabe. Sie sehen, jetzt hier dieses Suffix, das wurde direkt hinten dran gehängt ohne ein Leerzeichen bei dem VGL Punkt. Da hat Zotero selber gemerkt, da soll wahrscheinlich ein Leerzeichen erscheinen zwischen dem Gauss und dem Ding hier hat selber ein Leerzeichen eingefügt. Das hier ist jetzt sehr viel für eine Klammer im Text zu dir, weil eigentlich geht es darum, dass man die möglichst knapp hält, diese Klammern, deswegen ist das ein bisschen unüblich, aber damit Sie die Funktion einfach mal gesehen haben, hier im Vollend. Was jetzt auch noch geht, ist die letzte Option, die wir da hatten und die wir bis jetzt noch nicht benutzt haben. Also nochmal, wir suchen den Gauss her, wir klicken ihn an und jetzt gibt es hier und jetzt gibt es hier Autor auslassen und da könnte ich jetzt eben sagen, okay, Seite 40 zum Beispiel, wie sieht das dann aus? Schicken wir es ab. Jetzt kommt hier nur noch alles bis auf eben die Autorenpassage und das ist dann nützlich, wenn Sie den Autor eh schon einbauen in den Fließtext oder in dem Fall die beiden Autoren. Dann können Sie eben einfach schreiben, ja und Gauss und More fanden in Ihrem Standardwork zur medizinischen Statistik, Klammer auf und dann Ihr Zitat 2017, Seite 40, heraus, dass so können wir die Klammer besser einbauen. Gut, das Einzige, was wir jetzt hier noch ansprechen müssen bei dieser Zitierweise sind erstens, was mache ich, wenn ich mehrere Sachen zitiere und zweitens, wie entsteht eigentlich das Literaturverzeichnis? Die mehreren Zitate mache ich ganz einfach. Ich gehe an die Stelle, wo ich mehrere Sachen einfügen möchte, zum Beispiel diese hier. Ich füge den ersten ein, nehmen wir den Mark aus, dann auch wieder hier Seite 40 und bevor ich das jetzt abschicke, füge ich hier noch einen ein. Ich mache einfach eine Suche und sage, okay, ich möchte jetzt hier Flower und Haze, Flower, ja genau, den hier möchte ich gern und jetzt sind zwei da und Sie haben jetzt ja gerade eben gesehen, dass es mir den nach vorne gezogen hat. Warum hat es mir den nach vorne gezogen? Naja, weil manche Zitierstile halt einfach vorgeben, welche Autoren in welcher Reihenfolge erscheinen. Zum Beispiel bei der APA jetzt oder bei anderen Zitierstilen, vielleicht muss der Älteste immer vorne stehen, dann passiert das hier automatisch. Oder vielleicht der Alphabetisch Erste, dann passiert das hier automatisch. Oder immer der Neueste. Also das passiert hier einfach und dann können Sie das anklicken und können sagen, okay, hier meine ich jetzt auch wieder in diesem Fall Seite 45 und drücke wieder Enter. Und wenn ich dann fertig bin mit diesem Doppel- oder Dreifach- oder Vierfachzitat, je nachdem, drücke ich Enter und bekomme jetzt eben hier ein Mehrfachzitat. Und wir sehen jetzt hier gerade eben, dass die beiden Zitationen getrennt werden, in diesem Fall mit einem Strichpunkt. Das ist meistens ein Strichpunkt, das ist ein Semikolon. Gibt aber auch der Zitierstil wieder vor. Es gibt welche, die nehmen dann nur ein Komma. Passiert alles automatisch, müssen Sie sich keinen Kopf drum brauchen. Auch die Reihenfolge hier. Falls es Ihnen nicht umgeswitcht wird, die Reihenfolge, dann handelt es sich um einen Zitierstil, dem das egal ist. Und dann können Sie das in der Reihenfolge, wie es Ihnen am wichtigsten ist. Vielleicht wollen Sie den, der am meisten jetzt hier gerade belegt und dann die, die nur ein bisschen was zu sagen hatten, weiter hinten, ist Ihnen überlassen. So, und jetzt die letzte Frage, wie geht ein Literaturverzeichnis? Weil im Moment, wie Sie hier unten sehen, ist ja da noch erschreckend wenig da. Und das hatten wir am Anfang nochmal schon mal, aber das mache ich jetzt nochmal hier kurz. Bei dem Literaturverzeichnis, da sind wir immer in der Pflicht, dass wir erstmal selber sagen, wo das sein soll. Auch da, unser Cursor, da wo der steht, da wird jetzt das Literaturverzeichnis entstehen. Und bei dem Zotero Add-In muss ich jetzt wirklich schlicht auf Add oder Edit Bibliography klicken. Also einfügen oder editieren des Literaturverzeichnis. Ich klicke da drauf und es entsteht. Jetzt, warum ist das so auseinandergezerrt? Weil die APA in der 7th Edition sagt, dass wir den doppelten Zeilenabstand im Literaturverzeichnis brauchen. Das sagt der Zitierstil, das ist hier wirklich einfach schon so eingestellt. Man mag das mögen, man mag das nicht mögen. Man kann das jetzt im Nachgang noch editieren, indem ich hier in die Formatvorlagen übrigens gehe. Das ist eine Word-Sache, aber ich zeige es einfach kurz. Dieses Ding hier ist die Formatvorlage Literaturverzeichnis. Jetzt gehe ich hier auf den Knopf drauf, gehe auf Ändern, gehe auf Format Absatz und dann hier in dieser Übersicht, da kann ich sagen, was ich eigentlich möchte. Und jetzt sage ich, ja, ich will eigentlich den Zeilenabstand nicht doppelt, ich will ihn ganz einfach und dann kriege ich ein gedrängteres Verzeichnis. Ich kann hier auch noch, wenn wir da gerade schon dabei sind, bei Format Absatz sagen, ich möchte gern beim Abstand nach noch 6 Punkt, das einfach hier zwischen den Einträgen in einem Abstand ist und diesen Abstand hier, das steuere ich über den hängenden Einzug, der ist auch hier bei Format Absatz drin. Das ist hier Sondereinzug hängend, da kann ich sagen, nö, es soll nur 1 cm sein und dann ist es halt nur noch 1 cm. Also alles über die Formatvorlagen von Word steuerbar. An der Stelle empfehle ich jetzt auch nochmal den Schnellkurs Word von unserem Kanal, wenn Sie sowas noch gar nicht kennen, das ist auch immer das immer gleiche bei Word. Gut, also, so könnten wir das stehen lassen. Letzte Frage hier geradezu noch, was passiert, wenn ich jetzt hier diese mehrdeutigen Zitationen habe, also dieses, was ist, wenn ich zwei Bücher von Gauß und Muche aus dem Jahr 2017 habe und ich zitiere beide, passiert dann automatisch, dass das unterschieden wird? Ja. Je nach Zitierstil entsteht dann, wir können es auch mal kurz erzeugen, gehen wir einfach hier rüber zu dem Gauß und Muche und jetzt tun wir den mal Rechtsklick, Duplizieren und jetzt haben wir den zweimal drin und den zweiten hier, den nenne ich jetzt hier ein bisschen anders, der heißt jetzt Duplikat, Schauen wir zurück in Word und dann kann ich jetzt den auch noch zitieren, schauen wir uns das gerade mal an, Zotero, Add, jetzt gibt es Gauß, jetzt müsste es, ja, zitiert habe ich schon den medizinische Statistik und jetzt gibt es noch diesen Duplikat, den klicke ich jetzt an, füge ihn mal einfach so ein und jetzt muss da was passieren und es passiert auch was, es wird hier jetzt ein Kleinbuchstabe in diesem Fall vergeben, so möchte die APA das, so wird es entschieden. Der hier ist nicht der gleiche wie der hier. Warum hat jetzt der hier das A und nicht der hier, der kommt auch früher? Es geht nicht danach, wer früher kommt im Fließtext, es geht generell hier danach, wer im Literaturverzeichnis zuerst kommt und weil die Autoren gleich sind und das Jahr gleich ist, geht es hier gerade eben nach dem Titel und D von Duplikat, VAM wie medizinische Statistik, deswegen kriegt der das A, egal wann der zitiert wird. Es ist nicht immer ein Kleinbuchstabe, der entsteht, manche Zitierstile machen hier auch andere Sachen, aber es passiert auf jeden Fall automatisch. Wechseln wir jetzt zu den Fußnoten Zitierstilen. Das ist überwiegend gleich. Ich tue jetzt mal auf Document Preferences draufklicken und wähle jetzt hier einen Zitierstil, der eben Fußnoten macht. Da wähle ich jetzt zum Beispiel mal den HNU Basic Fußnoten, das ist einer von denen, die man eben runterladen konnte auf der Seite Zitierstile an der HNU. Klicke ich OK. Und jetzt wird das schon automatisch alles umgebaut. Ja genau, wir sehen jetzt hier ein Fußnotenapparat und wir sehen oben im Fließtext die ganzen einzelnen Hochzahlen der Fußnoten. Es ist aber noch nicht ganz perfekt und da komme ich gleich drauf. Aber auf jeden Fall, all das hier ist schon da. Auch das Literaturverzeichnis sieht jetzt geringfügig anders aus, weil wir das eben alles angepasst haben. Oder weil sich das eben automatisch anpasst an den Zitierstil. So. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel auch da wieder, gehen wir ein bisschen näher ran. Wir sehen, dass man auch da wieder mit den, die Autoren einfach so nennen kann. Wir sehen, die Ersetzung funktioniert normal. Wir können Seitenzahlen angeben. Wir können ein Präfix und ein Suffix vergeben. Ich mache das jetzt auch mal einfach noch, dass wir das gesehen haben, dass es das genau gleiche ist. Also ich stelle mein Cursor jetzt zum Beispiel hier hin und sage dann, ich möchte jetzt zitieren. Wie sieht es aus bei Fußnotenstilen? Genau gleich. An der Stelle, wo meine Hochzahl kommen soll, steht mein Cursor. Ich klicke auf Add Edit Citation. Ich füge ein, was ich möchte. Ich nehme jetzt mal den Blime. Den hatte ich noch nicht. Den da von Seite 240 und gebe dem einen Vergleich hier vorne dran. Dann drücke ich Enter. Jetzt könnte ich noch einen zweiten hinzufügen, will ich aber nicht. Drücke Enter. Und es entsteht automatisch die Fußnote hier mit diesem Blime. Jetzt, wir sehen hier mehrere Sachen, was gerade eben passiert. Also zum einen, warum hat er jetzt hier so eine andere Schriftart als die hier? Ja, das ist eine von den Sachen, die halt man passiert, wenn man wirklich die Art des Zitiers, die jetzt wechselt. Also wir haben jetzt hier eigentlich die Formatvorlage Fußnotentext. Moment, ich sollte nichts klicken, weil ich es nicht erkläre. Ich gehe noch mal in die Formatvorlagen rein und hier ist die gerade noch nicht sichtbar. Deswegen gehe ich unten auf Optionen. Ich gehe auf alle Formatvorlagen und bitte auch alphabetisch. Dann bekomme ich jetzt hier den Fußnotentext. Das ist die Formatvorlage, die eigentlich für die Fußnoten greift. Und wenn wir uns die jetzt mal anschauen, über den Pfeil und dann auf Ändern, dann sehen wir, die Fußnote sind eigentlich in Calibri 10. Das heißt, die hier ist tatsächlich richtig entstanden. Die ist korrekt. All die anderen hier, die sind ein bisschen zu groß. Die muss ich jetzt eigentlich anklicken und nochmal hier dann den Links-Skip drauf machen, damit die dann merken, und das ist auch noch zu wenig. Ich muss die im Ganzen markieren und sagen, hey, du bist hier Fußnotentext und du hier, du bist auch Fußnotentext. Und das ist halt schon ein bisschen eine Arbeit. Deswegen, ich würde Ihnen empfehlen, klären Sie am Anfang ab, ob Sie Fußnoten haben oder nicht. Weil ja, es wird geändert, aber jetzt halt nicht so ultra perfekt. Schlimmer noch, als die Schriftgröße hier unten gerade eben, ist eigentlich die Position der Fußnoten, weil die Klammer im Text ist normalerweise am Ende vom Satz. Also vor dem schließenden Punkt. Die Fußnote sollte eigentlich jetzt nicht so aussehen. Üblicherweise ist die Fußnote nicht vor dem Punkt, sondern hinter dem Punkt und dann auch ohne ein Leerzeichen. Üblicherweise. Ich habe ein komplettes Video über die Fußnotenposition und wie viele Fußnoten man wo wie setzt. Das verlinke ich hier auch gerade nochmal. Da sieht man das. So. Okay. Aber ansonsten sieht man jetzt hier eigentlich nichts Besonderes mehr. Man muss jetzt halt hier die Fußnoten noch einmal hübsch machen, weil man nicht von Anfang an mit denen gearbeitet hat. Hätte ich jetzt von Anfang an Fußnoten benutzt, wäre das hier alles wunderhübsch. Und was man hier auch sieht, den Autor auszulassen bei Fußnoten gibt natürlich nicht wirklich Sinn. So, letzte Zitierweise. Und da tue ich jetzt auch nochmal einfach im laufenden Betrieb wechseln. Nochmal, man sollte eigentlich die Art des Stils nicht unbedingt wechseln müssen, aber jetzt machen wir es einfach. Wir gehen auf Zotero. Wir gehen auf die Document Preferences nochmal. Und statt jetzt mit Klammern im Text oder statt mit Fußnoten zu arbeiten, wählen wir jetzt die Vancouver Zitierweise. Und das sind dann eben die Zitierweisen, bei denen wir einfach nur eine Referenznummer im Text haben. Hier eine 1, eine 2 und eine 1 und eine 4. Und diese verweisen dann auf ein nummeriertes Literaturverzeichnis. Auch das gibt es jetzt natürlich hier. Und Zotero setzt das auch sauber um. Gibt es nicht arg viel zu sagen, nur falls Sie jetzt die Wahl haben, sowas zu benutzen, würde ich Ihnen empfehlen, gucken Sie, also nehmen Sie so eine Zitierweise hier gerade eben nur, wenn Sie mit Literatur arbeiten, die sehr, sehr knapp ist. Gerade in der Medizin oder in den Ingenieurswissenschaften gibt es Sinn, weil da brauchen Sie keine Seitenzahlen. Sie sehen, dass mir hier die Seitenzahlen immer flöten gehen, obwohl ich die doch angegeben hatte. Also ich kann jetzt nochmal zurück wechseln zu dem Zitierstil zu der American Psychological Association. dann sehen Sie die ganzen Fußnoten, die ganzen Zitate, die beinhalten schon immer noch die Seitenangaben. Hier, der da, Seite 40 bis 42. Aber die meisten Vancouver-artigen Zitierstile machen Ihnen halt keine Seitenzahlen hin. Und deswegen ist das eine ungeeignete Zitierweise, wenn Sie viel mit Büchern zitieren. Weil so bringt es der Leser schafft halt nichts. Es gibt welche, die machen das. Die IEEE fällt mir da gerade eben ein in der Variante, wie wir sie auch auf der Internetseite zum Download anbieten. Aber ansonsten, ja, eher für knappe Literatur. Gut. Und jetzt haben Sie gerade eben diesen Knopf kennengelernt. Jetzt gibt es hier noch diesen Knopf, den ignorieren wir weitestgehend, weil damit könnten wir eine Notiz einfügen, die wir in Sotero hier von Hand eingefügt haben. Also eine neue Notiz. Das ist so eine Art Wissenselement. Wer mit Citavi gearbeitet hat, kann hier zum Beispiel erst sagen, okay, ich möchte an diese Webseite eine Notiz anhängen oder ich möchte eine Notiz anhängen, die mit gar keinem Buch zu tun hat. Und dann könnte man die da einfügen. Brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht. Das Literaturverzeichnis haben wir schon eingefügt. Diesen Knopf kennen wir auch schon. Refresh. Ich zeige es nochmal kurz, dass man es gesehen hat. Da wird eine Änderung gezogen. Also wenn ich jetzt hier den Titel von diesem Werk verändere und ihn in Sotero verlasse, also in einen anderen Reinklick. So, jetzt ist es hier schon gespeichert. Aber in Word noch nicht notwendigerweise. Ich müsste erst auf Refresh klicken. Und jetzt ist es da. Und das lässt uns noch genau einen Knopf jetzt gerade eben übrig, nämlich diesen hier. Und den mache ich auch tatsächlich jetzt mit Absicht am Ende und speichere jetzt vorher nochmal mein Dokument hier. Denn der ist tatsächlich gefährlich. Dieser Knopf hier entfernt unser Sotero aus diesem Word-Dokument. Deswegen würde ich Ihnen auch empfehlen, dass Sie das nicht in diesem Dokument machen, sondern wir speichern das jetzt unter einem neuen Namen. Einfach unter zum Beispiel Desktop. Was nennen wir? Ohne. So. Also, das ist jetzt hier das neue Dokument. Ohne. Das ist natürlich im Moment noch nur eine Kopie. Aber jetzt klicken wir hier mal drauf auf dieses Unlinked Citations. Klick. Jetzt kommt nochmal eine Warnung. Nach dem Entfernen von Feldcodes kann man, ja, es ist ja kein Sotero mehr da. Ja. Ich zeige es leichter, als dass ich es jetzt erkläre. Also, ich habe Ja geklickt. Und was ist jetzt los? Naja, auf einmal ist der Text hier nicht mehr grau hinterlegt. Warum? Weil Sotero sich gerade eben aus unserem Dokument verabschiedet hat. Dies hier ist jetzt ein normales Word-Dokument. Als hätten wir es von Hand geschrieben. Nichts hier drin ist mehr intelligenter Text. Welchen Vorteil hat es, das zu tun? Naja, das tun Sie immer dann, wenn Sie am Ende noch Polierarbeiten durchführen wollen. Wenn Sie jetzt sagen, ach Mensch, eigentlich passt alles, aber meine Lehrkraft, die will die Autoren einen Fettdruck haben, aber ich finde nicht einen Zitierstil und ich will auch keinen selber programmieren. Ja, dann können Sie jetzt am Ende von Hand hier die Sachen so machen, wie Sie es gern hätten oder wie es eben Ihre Lehrkraft gern hätte und dann ist gut. Sie können hier alles tun. Sie können hier auch zum Beispiel Gruppenarbeiten durchführen. Wenn jetzt jemand von Ihnen, also Sie arbeiten mit Sotero, die nächste Person arbeitet mit EndNote. Ja, dann machen Sie diesen Knopf. Die Person bei sich macht den analogen Knopf. Den gibt es auch für EndNote, den gibt es auch für Citavi und dann können Sie am Ende Ihre Dokumente zusammenführen, ohne dass sich diese verschiedenen Programme da drin beißen. Also das gibt einfach am Ende einmal Sinn. Aber bitte machen Sie das immer nur in einer Kopie Ihres Dokuments, nicht im Originaldokument. Weil jetzt hier in dem Dokument, es gibt kein Zurück-Button. Ich kann nicht hier zurück und Sotero mir zurückholen. Wenn ich jetzt wieder anfange mit Sotero zu arbeiten, dann denkt Sotero, dann erkennt das nicht, dass das hier das mal war. Dann entsteht ein neues Literaturverzeichnis, wenn ich den Gauss jetzt hier nochmal zitiere, mit einem neuen Eintrag für Gauss. Aber nicht der hier wird ergänzt. Das heißt, das dürften Sie immer erst am Ende machen und bitte deswegen auch immer eine Kopie und das Original ist dann noch da. Und wenn Sie merken, Sie müssen zurück, öffnen Sie das Original und sehen dann, ah, wunderbar, hier ist noch mein Sotero, hier kann ich jetzt nochmal drüber aktualisieren. Und dann wieder das verwandeln in eine Kopie. Das war's. Damit können Sie mit Sotero arbeiten. Das ist nicht absolut alles, was das Programm kann, weil es natürlich ein großes und tolles und wunderbares Programm ist. Sie können sich selber da noch rein graben, wenn Sie möchten und Sachen für sich entdecken, was Sie da brauchen. Aber ich behaupte, dass Sie alles haben, was Sie jetzt brauchen, um Ihre Bachelor, Master, Doktorarbeit zu schreiben, grundlegend. Wenn irgendwelche Fragen offen sind, schreiben Sie es in die Kommentare. Ich lese die alle. Ich kriege eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein neuer Kommentar da ist und ich werde Ihnen darauf antworten, was Sie wissen möchten. Vielen Dank.